aber ich habe mich auf heute richtig gefreut. das glaube ich und bei mir läuft jetzt das stream. bei dir läuft er? ja und auch die musik. und damit herzlich willkommen bei mir. ich brauche noch eine kleine sekunde. wenn ich reshade bei mir anmache, dann sehe ich dein gesicht kaum noch. ah ja. so stark ist er schatten dann. ich liebe den song einfach. so. lässt du bei dir eigentlich musik laufen? ja. ja. und bei mir läuft der stream jetzt auch. ja moin moin. aber warum höre ich nicht? das ist interessant. sag mal. okay. dich höre ich. auch im stream. suddenly pineapple. ja genau. ich habe eine vermutung, warum ich keine musik gehört habe. ja. auch wieder auf vhc? ne. das ist soweit alles richtig. mal kurz die reserve auffüllen. ich summe nur bissl mit zur musik. ja alles gut. alles gut. ja wie gesagt. ich muss ich ein bisschen leiser machen. du übersteißt bei mir im stream. what? ja. na gut. ich habe bei mir das mikro auch auf minus 10 db gesetzt in meiner einstellung. keine ahnung was da los ist. ja. und dabei sitze ich noch nicht mal ganz am mikro dran. wollen wir mal ein bisschen asmr machen. ja. das kann ja was werden. ja. das kann ja was werden. ja. das kann ja auch sagen sagen. er rutscht ist manchmal schon unter 50. es sieht also gut aus. hallo tobi. grüß dich. hast du schon einen zu stamm zu schauen bei dir? ja. dann. bescheide frage. du hörst musik? ich bin mal ganz kurz auf dem zweiten bildschirm interessant interessant ich höre nämlich keine musik ach ja die technik wer ist diese schöne frau erde dass dreimal dass du raten wir diese schöne frau ist siehst es doch halt um diese nougat schnitte ist nana alles schuld ihr wahrscheinlich ist ja auf jeden fall habe es ja bei uns im gilden chat gepostet ach so so ein ding ist ja auch man warum höre ich keine musik eine indische mutter da sieht man ja nicht unbedingt nach indisch aus das ist ja afrikanisch eine buschkriegerin wohl eher anglikanisch ach nee das war was anderes ok das ist ja du bist mir gerade im stream noch der einzige zuschauer nach hoffen was kommt noch dazu wie geht es eigentlich mit deinem projekt ist auch das ja das ist jetzt ein bisschen stressig für dich das stuhl noch mal wobei neu muss nur mit dem ding dran na ja hör auf ok alles klar ja die neue arbeit die ich habe die ist auch nicht so das wahre aber das ist jetzt nicht thema des streams wir wollen spaß haben spaß ja ja das ist nicht schön jetzt muss ich mal kurz was anderes machen nein da ist das auch nichts hat doch irgendwo auf dem rechner noch musik gehabt da was denkst du denn ist das für ein problem lockt da einen bürger laden ist ja noch ein paar leute da ok wir sind ja also sind wir in deutschland auf der map keine ahnung sagen wir einfach nein da kann die regierung nix interessant notify musik höre ich nicht andere musik wo tobi gerade sich die ohren weggeballert wurden die hörst du ok kann sein dass spotify jetzt irgendwie eine einstellung für streamer hat nicht dass ich wüsste wäre auch ein bisschen merkwürdig was schwirrt denn dort hinten rum ist das ein flugzeug ist ein vogel ist ein flugzeug nein es ist batman nee das ist ein anderes streamer das fehlt auch ab und an den ls äh nicht den ls gut den macht er auch aber auch den flight simulator sein motto dort wir werden alle sterben er hat das noch nie gemacht hauptsache er ist dann nicht unterwegs darauf dass ich bei mir musik höre da fliegt auch ein paar schöne kurven die gute dame wartet darauf dass bei ihr die technischen probleme zu ende sind dass die gelöst werden weil nada hört bei sich auf den kopfhörungen keine musik aber im stream hört man sie das macht für mich keinen sinn muss denn heutzutage alles dennoch geben bei mir ja nein 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 du darfst gerne wieder ausgehen dich braucht keiner dich braucht keiner hast du jetzt also seine lampe angemacht nein das war skype for business so was gerade anging das braucht niemand nee niemand mehr hallo napo na alles klar oh die cloud queen hallo napo hat mittlerweile auch einen platz bei mir in ff 14 bekommen als als dienerin sage ich jetzt mal ja da kommt die teller bei dir auf der tafel immer leer an ist nicht böse gemeint napo na aber wie geht es eigentlich hat es ja letztes stammtischrunde dann doch probleme gehabt ich höre was war das problem hallo frizugo im voice meter war war es umgestellt okay ich muss auch zum glück nutze ich noch nichts externes aus ob es so und dem media player ich merke gerade bei mir ist was nicht ganz toms sagt man ist bei mir die musik zu laut zu leise oder ist es gut abgemischt weil es ist ja für einen selbst dann auch noch ein bisschen nicht ganz einfach einzuschätzen so jetzt sollten wir das alles hinbekommen na dann ja die ping rutscht auch langsam in stabil 40 ja dann hat sich das wieder einigermaßen beruhigt weil 40er ping hatten hatten wir hatten wir jetzt zwischen einander zwischen miteinander ja eh immer gehabt so meine frisse okay ich mache mal die musik ein stückchen lauter hoffe ich habe jetzt laut genug gut wenn wir jetzt nichts sagen dann sollte man eigentlich musik hören gut die eigentlich nur als hindergrundbeschadung wenn wir doch mal ein bisschen leiser sind na dann auf geht's mit einer knappen viertelstunde verspätung na wo ich muss wir müssen wir müssen eben was zeigen ja das habe ich auch gerade gedacht 2 was ganz schwach ok ja so in lagen gibt es hier aber wenn ich die musik bei mir lauter macht dann höre ich noch vielleicht nicht mehr ja schauen wir mal ein paar prozent geht immer guck mal nach wo lecker hähnchen ja kfc wir können sogar rein eingehen ja lust setzen kann muss nicht das ist ein bisschen schade ja es gibt noch was ja im dorf oder zum ja den tumpaum hockt tun so wärts gut werben muss oder war das hier oder ach nee wir haben ja den positions speichermord das heißt im anderen ort ist das stimmt der spruch ist eilt aber gut dürfen sie mal in die bieke tippen nee mit kfc da gibt es doch noch das andere kentucky schreit punkt punkt genau im endeffekt ist doch egal 18 18 stimmt auch wieder und auch wenn ich auf youtube hochladen wird alles ab 18 gekennzeichnet so ja wollen wir denn mit unserem plan den wir zumindest für den anfang uns gedacht haben anfangen natürlich wie müssen wir ja anfangen richtig also um das mal kurz zu erklären für den anfang machen wir es so wir fangen als lohnunternehmer an sprich wir nehmen aufträge an und erfüllen mit der dezenten mit dem dezenten zusatz dass wir uns sämtliche fahrzeuge leihen genau wir haben ja den mod drin dass wir mehrere aufträge gleichzeitig annehmen können das heißt einmal leihen und für mehrere aufträge nutzen wobei ich nicht weiß ob es bei den leihfahrzeugen irgendwann im zeitpunkt gibt wo die nicht mehr verliehen werden dachte ich hätte ich im einzespieler mal gehabt aber halt zwei aufträge und dann gucken wir wie weiter bei dem zweiten kommen dass auf nummer sicher gehen du bist kürt das dauert leider noch ein bisschen wie du gerade gehört dass wir wollen erstmal alles zusammen erwirtschaften und mit 100.000 kriegst du noch nicht mal einen mittelgroßen traktor was denn mein fernseher hat gerade rum krakeelt wo kommt die musik wo kommt die stimme plötzlich da guck ich nach oben so oh mein fernseher wobei marionette film hat fangkuchen axel schweiß karl kopf heinz ellmann stimmt ja ja mein fernseher hängt an an der wand ja paul arno johannes kraut er streamt enno auch ja ja ich stream auch 1989 ja ja das ist mein vorbild zumindest vom humor her der franz brandwein ich dachte du bist ein stoffen schmerz heinz ellmann ne helde nicht hol aus johannes kraut morderpfahl timbooktu keiner wein klaustrophobie ernsthaft? da haben wir endlich mal den Mann von der Frau ja gut was für einen Auftrag wollen wir zuerst machen ist die Frage ja das ist halt die sehr gute sehr gute Frage wir könnten nennen wobei ist die Folge wobei Aufträge sind meistens ein bisschen entspannter Ballen pressen einer mäht und wir holen uns von 100.000 schon mal den kleinen Traktor dass einer Ballen pressen oder schwaden kann das können wir machen müssen wir noch schauen welches Feld? oh bin ich schon wieder rausgegangen welches Feld? weil ich habe jetzt besser nur ein Feld und das Feld 85 was? ich habe Feld 19 die Liste ist deutlich länger als sonst ja 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 oder drück mal x zum Verträge aktualisieren da kriegst du noch ein paar mehr dazu wir haben einige dabei also so ist es nicht ich würde aber einen nehmen wo wir ja diese Schmetterlings-Schneid-Mähwerk haben weil damit kriegst du bessere Flächen gemeldet bzw. mehr 50 ja wenn dann will ich gerne im Feld haben was etwas größer ist bzw. etwas mehr Geld gibt weißt du wir haben ja ich bin ein bisschen weiter unten Feld 150 äh wie viel bringt der? 8.456 gehen wir weiter runter Feld 85 11.238 und das Leiden der Fahrzeuge kostet nur 800 Euro also das ist nicht viel ja dann nehmen wir den ja und wenn wir da eh schon bei sind da leckt das ganz kurz weil er die Fahrzeuge spawnen muss boah korrekt ja ähm noch ein lassen wir dann noch eins oder einen der anderen machen 9.8 8.000 3.000 wir haben den 99 äh fällt 99 auftrag für knapp über 10.000 fällt 99? ähm recht weit oben weißt du was ich tue einfach mal akzeptieren wir haben beide die Rechte ja gut wie gesagt für 100.000 kommen wir jetzt noch nicht äh ohne Leihgeräte ok ok wie gesagt kleiner Traktor wir können ja zumindest schwarten und pressen mit einem oder sind das schon weil ich dachte da war immer nur einer gewesen ist nur einer ok ähm dann gut dann kaufen wir uns schon mal den ersten Traktor das ist ja nicht das Problem jetzt ist nur die Frage welchen äh ja ich würde sagen einen mittelgroßen kriegst du keinen die kosten gut der kleinste kostet 98.170 PS gut wir können die nehmen das ist nicht das Problem ja dann müssen wir uns vorübergehenden einen kleinen nehmen wir können einen kleinen später noch für solche Sachen wie ähm Feldspritzen na dann nehmen wir eine Zahl zwischen 1 und 8 7 so wie mein Name nach welchen nehmen wir du kompakt oder mittel äh kompakt ähm ich würde sagen dass wir da dann den ähm mf 5600 nehmen für 88.000 da könnte man uns jetzt wieder was vorwerfen bei ne ne ach quatsch aber nö ok während du uns lauscht zeichnest ok ok wer hat zeichnet napo oh gut äh gut wir packen nochmal 10.000 ne packen wir nicht weil das nämlich 12.500 sind und nicht äh ja leider 2500 500 500 dann bleibt der dann bleibt über 105 ps ja wie gesagt das ist ja einer der ersten den wir haben genau soll ja nur zur unterstützung sein so ähm warte mal kleiner trick beim frontschneidwerk das kannst beziehungsweise bei den schneidwerken warte mal nicht ran fahren du kannst das kleine doch an das große ran schnallen ok ich weiß jetzt nur nicht wie rum das war ähm warte mal vor du mal rückwärts ran vor du mal rückwärts ran und dann versuch mal einfach anschnallen und jetzt das kleine noch mal hinten dran das habe ich nämlich im einzenspieler hingekriegt da hatte ich gesehen das große das hat doch noch eine zapfwelle frei gehabt wenn es nicht geht müsste man noch mal das doppelte das doppelt schneidwerk müsste man noch mal drehen nee da muss es warte mal dann schnell mal nee nee wenn es jetzt nicht geht dann musst du mal kurz abschnallen dann nehme ich mir das mal ach andersrum vielleicht genau von meiner seite aus müsstest du dann den anbauen okay so 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 und das dann so ja das sollte dann gehen ich tue aber schauen nur testweise ob die leistung hier überhaupt reicht für das schwager für den schwager weil kann er sein er läuft auf jeden fall also damit kommen wir schon mal ein bisschen zeitsporn das gute ist das eine fällt die 85 liegt direkt hier nebenan ja ja dann ab und zu graus ein paar pokémon fangen oh gott ach geht ja nicht professor ich und so ja auch ach man wobei warte mal ein kleines kleiner tipp das schneidwerk hat ungefähr dieselbe breite wie das schwager den könntest du vielleicht den schwager hinten ran das schneidwerk vorne dran ich halte sie jetzt erst mal rüber okay so aufkloppen warum habe ich jetzt eine hilfe aktivierten den habe ich vermieden einstellung glaube ich schon raus gelöscht aus den tastatur belegungen wo war es gewesen da das draußen damit wir hier nicht aus versehendes geld sinnlos ausgeben wie war das jetzt noch mal nein anheben ich mache mal schwartablage in der mitte sonst muss ich alles klar wenn du die kamera ein bisschen in vogelperspektive schwenkst siehst du das auch die textur vom feld ist beim gras doch ein bisschen dunkler wo ich bin da müsstest du geradeaus noch ich mache erstmal rundherum damit ich weiß wo hier die linie ist ich würde aber trotzdem sagen du bist schon ein bisschen außerhalb aber gut wenn er uns hier mähen lässt dann ist ja nicht schlimm und ich kann hier schon gar nicht mehr schwarten da jetzt wieder ok der kleine müht sich ein bisschen ab hier hoch aber gut das ls projekt ist ja wieder mal so langzeit projekt bei uns ja ich sag mal staffel 1 wenn man es so bezeichnen will die wir auf zwei karten gespielt haben ging ja über 250 folgen auf youtube und das mit um die 20 minuten pro folge bis 30 minuten ja das ist natürlich wahr das heißt wir haben ja ausdauer und zeit satt und meine playlist für die musik ist auch lang genug ich glaube elf stunden mindestens wobei ich wollte eigentlich noch mal drüber schauen bzw drüber hören ob das auch wirklich alles meiner meinung nach reinpasst ja was ich bei der bitrate eingestellt habe wieso fragst du na gut würde mich jetzt auch mal kurz interessieren was du so eingestellt hast wobei ich als kleiner neukann alter oder als kleiner kann alle bin ich ja eigentlich auch nicht mehr ich habe schon überall lachschäden dass du ihm ich ja auch noch mit relativ geringer betraute meine licht so bei um die 6000 bis 62 die fragment bildung ist recht stark fragment bildung bei bewegungen verpixelung ja ich muss den stream einmal ganz kurz beenden ich habe den fehler gefunden woran es liegt auflösung nein nein das hat ich weiß woran es liegt ok bin also von meiner seite aus gleich wieder da wie sieht es da bei mir aus alles soweit klärchen mit dem stream mit der qualität ich habe kurz aus alles soweit scharf ja wobei ja relativ ich habe die auflösung ein bisschen runde gestellt auf 16.000 mal 16.000 auf 1600 mal 900 man soll auch den schwader wieder anschalten so jetzt sollte es wieder besser sein komm du krüge ich fühle mich grad wie wärmer im ersten film mit seinem motorrad zur baustelle fährt ich komme mit zwei kamer oben an und beim bergab fahren versaut die bremse da verteilt sich meine bremse ich habe heute gesehen irgendwo kam wieder werner die filme 1 bis 4 den fünften den bringen sie eigentlich seltensten fernsehen ist immer noch ok das gras mag er nicht ja die moment da lässt sich mit sicher etwas dran machen gut dafür habe ich meine kamera ein bisschen weiter entfernt vom gras nur wenn ich die cam bewege okay das klingt für mich eigentlich nach auflösung oder bitrate 30 oder 60 fps 30 ok sonst hätten wir ja durch senkung der bild wieder hoch durch senkung der fps hätten wir ja auch die bildqualität steigern können weil mir ja bildinfos für das einzelbild dann bereitgestellt werden aber gut das war die letzten tage bei dem streamer krausi tv wie er heißt der streamt momentan nur auf facebook weil auf twitter hat er keinen großen erfolg gehabt bzw da hat er keinen großen wachstumsschub gekriegt ne auf facebook da ist ja momentan sowas mit ls und ets 2 relativ beliebt da kriegst du relativ schnell den push von facebook da werden dir schnell ein paar neue zuschauer zugeschoben aber ich weiß nicht auf facebook da wollte ich mal wer nicht meins wobei man muss auch die community dort ist auch nicht schlecht zumal kann man sagen zumal kann man sagen wenn du auf facebook stream ist dann müssen die leute ja ihren social media account nutzen den so für viele andere sachen nehmen das heißt jetzt machen sie sich wirklich mit höchstwahrscheinlich ihren richtigen namen dann dort unbeliebt wenn sie wirklich mal rumtrollen oder beleidigt werden und ich habe keinen bock ja da musst du es am besten so wie krausi tv auch machen der hat eine troll alarm eingerichtet auf seinem stream deck und dann darf die community einmal für ein zwei minuten mit dem troll ein bisschen spielen bevor er gekickt wurde aus dem chat ja der ist auch so ein bisschen ist aber nicht sarkastisch drauf aber der spielt auch gern mit den trolls rum er hat auch schon immer mal kommentare gekriegt wie hier geht auch arbeiten und versuch nicht mit stream dein geld zu verdienen nach solcher leute gehen wir sowieso direkt die zent am arsch vorbei genau dass solche leute nicht erstmal drüber nachdenken dass man vielleicht schon einen job hat so wie ich zum beispiel ja 40 stunden in der woche arbeiten dazu ist krausi tv ja auch noch geschieden hat also unterhaltszahlungen da muss also über einen zweitshop auch noch ran da ist eigentlich im privaten sehr gut ausgelastet mit seinen zwei berufen aber sowas hinterfragen die meisten leute auch gar nicht die sehen das tritt und das ist es ja viele leute denken einfach nicht nach und das ist das was mir halt so dermaßen an unserer gesellschaft so auf den sack geht ja das stimmt leider schon ja das ist meistens nur neid da hast du ganz recht entweder neid oder die leute haben irgendwas im leben nicht erreicht und müssen jetzt ihren frust ablassen zum beispiel die die musikerin beziehungsweise mittlerweile auch synchronsprecherin selfios ich mag ihre musik und was ich aber manchmal unter ihren covers lese da denke ich mir selbst nur so was zur hölle läuft bei euch bitte falsch na toll hast du recht das kommt damit auch gleich heraus wer hat euch ins müsli gekackt dass ihr solche reaktionen habt ja ich glaube solche leute haben als kind zu einer anderen wand geschaukelt wahrscheinlich mhm die sind noch mit nachbrenner an die wand geschossen worden selfie ist super vor allem sie hat ja jetzt ihr erstes cover album mit mit songs komplett auf japanisch rausgebracht okay und sie hat ich habe ein bisschen mit ihr auf twitter geschrieben öffentlich und da hat sie auch gesagt dieses album ist über eineinhalb jahres eineinhalb bis zwei jahre entstanden also ist auch eine ganze menge arbeit mit verbunden ja und vor allem ist das ja dann bei solchen noch so eine sache das sind ja in dem moment auch eigenständige künstler das heißt zumindest wenn sie es wirklich hauptberuflich machen machen sie damit ihren lebens unterhalt ja das ist es halt ich war auch kurz davor sie zu fragen was sie dafür haben möchte damit sie mein damit sie was für für mein ww projekt spricht man wirklich kurz davor na warum nicht und ich würde einmal ganz kurz ins hauptmenü gehen okay ich finde mich einmal ganz kurz was in der grafik ändern alles klar ich stehe das heißt also ich würde mal kurz nicht wenn sie was dafür was dafür spricht doch warum nicht aber ich glaube eher dass ihre preise die wir da verschenkt dafür haben möchte für mich etwas zu hoch sind es ist einfach fakt ja davon kannst du nicht immer ausgehend kann es sein dass es trotzdem ein sozialer den du da hast dass sie zum beispiel sorgt sie macht setzt für entweder kleinere betrag oder freundschaftlich wenn es nicht viel aufwand ist sogar umsonst ich muss noch das ist halt ohne jetzt hier schleifwärmung zu machen also da eine worte top den ich hier habe meine eltern wollen einkaufen haben die geschenke kriegt oder eine kasse naja geht kaktus feige und was wird kaktus feige und auch die schocke schmeckt nicht schlecht aber ging ja besser ja das ist es halt in abrufen na tom stimmt fragen kostet nichts nee das ist wahr aber hallo marco eigentlich recht gut ich ähm in der gerade nur kurz einstellungen und ich sehe gerade napo danke für dein follow was wirst du denn umstellen und der grafik alle einstellungen so hoch wie geht ja sollte ja mittlerweile funktionieren dem entspringen na gut was ich machen können ist bei mir noch den lod wert hochhauen auf 200 ja habe ich auch gemacht maximale reifenspuren ja den rest lass ich mal und nochmal schwarz bild bei mir ich muss mal gucken ob ich bei mir für follower noch so einen kleinen alert einrichte ja aber erst mal gucken im moment wie gesagt schon vom steam der neue job ist nicht das wahre da muss erst mal wieder ein bisschen spannung ran außerdem soll das zu mir auch erst mal ein bisschen für die unterhaltung und auch für den momentanen ja wie gesagt ich überlegt mir es noch weil noch ist mein ww projekt wie ich es früher hatte erst mal quasi noch im rohbau du bringst noch neue hardware zum keuchen wenn du eine vier mal vier mehr mit vielen bäumen hast und dann direkt in der kontakt den wert der siegweite ganz hoch setzt ja das ist klar ich habe aber was erläutern hören dass eventuell dieses jahr neuer ls kommen könnte schon weitere infos weil momentan bin ich noch nicht so angetan doch haben aktuell sind es nur gerüchte aber ich glaube eher nicht dass da was kommen wird weil wir haben ja momentan noch position forming das soll ausgebaut werden und warum ein neun teil rausbringen wenn man in der richtung noch die kostenlosen dlcs macht so jetzt will ich erst mal gucken den clip von fritzur was hat er denn geklebt das gucke ich gerade nach auch das schöne song Kanal? Nee, Clips meines Kanals. So, da. Okay. Ich muss ein Stück vorfahren, um zu sehen, wo du schon gemäht hast. Da tut auf Entfernung das Gras nicht aktualisieren. Du hast mir den Link geschickt? Wo? Also hier im Chat steht nicht. Vielleicht per PN? Achso, per PN hast du ihn mir geschickt? Ähm. Na, das ist auch nicht das große Problem. Ähm, Clips und so, die kannst du ruhig hier ganz normal im Chat schreiben. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, bei mir habe ich zumindest... Ich muss mal gucken, ob ich nichts überhaupt erlaubt habe bei mir. Da habe ich es gerade gesehen. Äh, ja. Ja, ich habe aber, äh, auch gesehen, was du damit, äh... So, äh... Ich habe das gesehen. Aber, ich bin auch ehrlich, äh, das kriege ich so nicht, äh, geregelt. Ja, das kriege ich leider nicht, äh, gebändigt. Das kriegt halt am, am Gras. Ja, diese Fragmentbildung. Ähm. Äh... Ja, das ist halt das Problem. Beim Stream hast du halt nur eine begrenzte Bid-Rate. Das wird, ist immer noch meine Vermutung. Und dadurch, dass das Gras halt nur mal gewisse Details hat, äh, ist einfach die Bid-Rate nicht ausreichend dafür, dass die Veränderung jedes Mal mit übertragen wird. Da müsstest du die Auflösung heruntersetzen, vielleicht sogar noch von 30 auf 20 FPS heruntergehen. Hurra, tun wieder zwei Zeiten. Ja. Ähm, und ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Äh, was denn? Ich muss, glaube ich, nochmal ins Hauptmenü. Oh, warte mal kurz, ich hole mal auf auf dich. So, kannst du. Ja, ich muss nämlich, äh, äh, ähm, dann gehe ich schon mal. Eine 720er-Auflösung bei gleicher Bid-Rate sollte helfen. Okay. Ich habe eine 900er-Auflösung bei mir. Ich hoffe, es ist relativ gut von der Quali. Ja. Wobei, wie gesagt, im Nachhinein hat mir das Tür auch auf YouTube hochgeladen, dort in 1080p. Aber weiterhin nur in 30 FPS. Weil für eine LS brauchst du keine 60. Okay. Ja, dann würde ich das halt sonst mal eben umstellen. Was genau? Äh, Napo, äh, ja, kann man. Äh, du müsstest dann einfach nur den YouTube-Link mit Ausrufezeichen. Äh, lass mich eben gucken. Äh. Ich gucke nochmal in die Flasche, wie spät das ist. Ja, das werde ich auch gleich nochmal machen. Äh, Request Song. So, genau. Ausrufeigen Request Song. Äh, ich hier render auch über die Grafikkarte. Oh Gott, ich habe hier ein uraltes Witzebuch gefunden, noch auf dem Schreibtisch. Oh nein. In irgendeiner Ablogge. Soll ich dir mal sagen, von wann zumindest das Copyright ist? Na. 2002, also das Ding ist schon... ...richtig alt. Was ist das? Äh, wo noch wo stand es? Was ist das? Befindet sich auf der Wiese, ist schwarz und dreht sich im Kreis. Einen Maulwurf beim Hammerwerfen. Äh, ja, aber solche Witze hat noch vor 20 Jahren noch gelacht. Ja, ich, äh, ich render gerade über die CPU. Ähm. Das passt zu WLS. Okay. Äh, der Landwirt Sepp Sauswind hat seinen Kühen das Radfahren beigebracht. Mitten im Rennen bleibt die Kuh auf der Strecke. Schifterbau. Dumme Kuh. Mut sieb. Bleib du mal mit dem Euter in den Speichen hängen. Oh. Oh. Ich, ich leg das Buch zur Seite. Sorry. Oh. Wo konnte man nochmal die... ...erweiterten Einstellungen machen? Da gibt es extra die Schaltfläche, ich glaube, Leertaste. Auch bei den Tastatureinstellungen? Ähm, nee, da musst du einfach nur runterscrollen. Tastatureinstellungen gibt es keine weiterersten. Entweder Gamepad oder normal. Was willst du denn umstellen? Ähm, wegen der, äh, Lenk, äh, Lenkeinschlag und so. Das konnte man auch irgendwo noch einstellen. Lenkeinschlag. Ja, dass er, äh, halt automatisch wieder, äh, nach vorne geht und so. Geh in den letzten Tab mit dem Controller-Symbol. Ja. Und dann unten ein Eingabegerät wechseln. Hab ich nicht. What? Okay, da geht aber bei mir zumindest auf das Gamepad, ansonsten auf die Maus. Da geht's wahrscheinlich, wenn man nur mit Tastatur spielt, nix anderes. Äh, VCL drinne? Nein. Oder? VCL? Was soll VCL sein? Kenn ich auch nicht. Das sagt mir nix. Gamepads Lenkräder aus. Könnt ihr vielleicht daran gelegen haben? Weil ich gesagt hab, das, äh... Ist ein Mod zur Steuerung. Äh... Müsste ich echt begucken. VCL sagt mir nix. Ne. Ne, haben wir nicht. Aber ich kann mal kurz auf den Desktop gehen und nachschauen, was das für einer genau ist. Ähm, LS 19, VCL. Weil ich hab das, äh, sonst haben wir das ja immer so gehabt, dass ich, äh... Äh... Dass er automatisch wieder gerade zieht. Und das tut er hier nicht. Hab ich gemerkt. Okay. Ja, warte mal. Wann könnte es liegen? Geh mal, ich glaube, das ist spielstandabhängig. Geh mal, äh... Müsste man wieder den Server starten, weil... Ich sehe ja in den Einstellungen auch nix. Du kannst nur Grafik erweitert einstellen, das bringt aber nix. Tastaturbelegung ist auch nicht dabei. Geht ja dann nur um die Tasten und Trigger und Eingabegerät, wenn du nur die Maus angezeigt kriegst. Na, boah, das, äh, macht nix. Du kannst so ruhig, äh, ein paar Openings posten. He, he, he. Tom. Oh Gott. Na, na, ein Traktor ist kein F1-Polide. Das weiß ich, das weiß ich. Übrigens, ab nix... Äh, jetzt Wochenende ist ja das letzte Rennen der F1-Season oder unserer Season. Danach gehen wir eine Stufe tiefer. Und zwar, ähm... Wir geben uns in die Formel 2. Mhm. Und da mit Lenkradbeinahe, so wie ich gehört hab. Korrekt. Ich fahre dann komplett mit Lenkrad. Und, äh, ja. Wirst du gleich komplett ohne irgendwelche Vorhilfen vorn oder lässt du die noch an? Ähm... Ein paar. Mhm, also... So was wie Bremshilfe vielleicht aus, Lenkhilfe. Aber Traktionskontrolle lässt du an. Genau, so in der Art. Okay. Sorg Bescheid, wenn der Server steht. Weil ich glaub, dass... Ja, der Server steht noch nicht. Das ist grad noch, äh, Singleplayer. Okay. Ah, hier. Ich hab, äh, warte mal. Äh... Hier. Äh, genau. Lenkgeschwindigkeit, da haben wir es doch. Ich hab gestern bei dem Streamer Facebook, ich nenne jetzt erstmal nicht mehr bei den Namen, äh, da hat er wieder mal ETS2 gestreamt. Unter anderem, ja, also der hat ja auch ein Lenkrad für ETS2, aber nutzt beim LS die Tastatur, weil er es besser von der Steuerung findet. Muss ich sagen, für Feinsteuerung, zum Beispiel von Traktoren oder Dreschern, geht die Tastatur wirklich besser, weil er da nicht ruckortig einlenkt. Aber allgemein hast du mit dem Controller einfach alles kompakter, was die Steuerung der Anbau-Gewäte angeht. Da müsste man doch irgendwie was finden, dass der Controller sich so gut nutzen lässt, wie die Tastatur. Dass er nicht plötzlich anfängt einzuschlecken, weil irgendwie ist das Problem auch mit der Todzone zu niedrig und das Lenkrad wird nie ruhig bleiben. Zu hoch und du musst ewig den Stick zur Seite drücken, bis er irgendwann mal anfängt einzuschlaugen und dann geht es aber ab. So, und wie sieht es aus? Server sollte in wenigen Sekunden stehen, ja. Okay, dann schaue ich mal. Also, 1M-Server-Passwörter werden doch nicht für unterschiedliche Server gespeichert. Achso, wird es doch komplett gespeichert, okay. Nee, eben nicht. Also, ich hatte noch das Passwort von dem Community-Server von dem Streamer drin und musste der draußen leben. Hm. Ja, ich habe dir das Passwort irgendwo hinterlegt. Ist nicht das Problem. Prost. Schulz. Raus. Oder wie bei Werner, Prost, Leute, auf die Helme. Wo dem Baustellenleiter dann der Ziegel ins Gesicht gekreilt ist. Ich habe es aber hingekriegt, oder ich kriege es mittlerweile hin, Flaschen mit Dingens zu öffnen mit hier... Mit Feuerzeug. Ah, ich habe es mal die Tage... Ich muss den Hof erstmal wieder beidrehen, wo ich raus war, auch immer. Weil ich es kurz im Zinkelplayer gestattet habe. Achso, deshalb. Wo ist gemein, denn einer läuft, ja. Na, warte mal, gibt es ja auch da Map nicht auch eine Brauerei? Ah, wunderbar, jetzt geht's wieder. Wir haben doch Stangenhopfen, die wir anbauen könnten. Das ist wahr. Aber ich muss mal kurz wieder was ändern. Wunderbar, wunderbar. Und für den nächsten LS-Stream mache ich für den Stream was fertig. Dann mach ich mal ein paar Spielereien für mein Stream-Deck fertig. Ja, ich kenne Darling in the Franks, Napo. Ich habe den Anime nie gesehen, aber kenne zumindest ein, zwei Figuren vom Aussehen, ja. Viele, viele wollen ja davon eine zweite Staffel haben, aber eine zweite Staffel macht keinen Sinn. Weil mit Staffel 1 die Story schon abgeschlossen ist. Im Endeffekt ist mit Staffel 1 die Story abgeschlossen. Na, dann macht es null Sinn. Das Einzige, was man machen könnte, ist, dass man zeigt, was in der Welt ein paar Jahre später passiert ist. Na. Das ist das Einzige, was man zeigen könnte. Aber das war es aber auch. Und wenn ich mich recht erinnere, arbeiten sie, glaube ich, auch an einer OVA, die so, was halt in den Jahren passiert ist. Aber ich nagel mich nicht darauf fest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin aber der Meinung, da was gelesen zu haben. War es nach einer Geschichte nicht genagelt werden? Oh Gott. Ja, ich habe ja schön die Strafe. Ich tucke mich hier mit 5 Grammar hoch. Na ja, pass lieber auf, dass Leder-Nana nicht gleich rauskommt. Ja, erst mal aufpassen, nicht, dass ich Zauni noch treffe. Wenn ich an dem hängen bleibe. Hey, 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 hey. Sonst hole ich gleich die Schattenballen. Oh Gott. Ja, pass mal auf. Dann hole ich noch die Traktor, da plötzlich im Hopfenfeld steht's. Ach nee, das war der Mercedes, der LKW. Ach, Mann. Wer nicht weiß, wer nicht weiß, wovon wir reden, da schaut sich einfach mal unser erstes LS-Projekt an. Ja. Ja, das war super. Das war echt ein bisschen super. Ja, schade, dass Victor momentan nicht dabei sein kann und auf lange Sicht auch keine Zeit hat. Ja, das stellt sich jetzt Ende des Monats heraus. Also Ende nächsten Monat. Aktuell hat er aber auch Urlaub. Okay, na gut, er hat... Ab nächster Woche, äh, ja, nächste Woche hat er Urlaub. Hm. Apropos Victor, ich hatte jetzt mal in seinen Stream geguckt, wo er die Facecam anhatte. Hm. Hm, okay, ich war überrascht, wie er doch aussieht. Nicht bös gemeint. Ja, von der Stimme her kannst du immer was anderes denken, was es aus dem Angehör. Äh, ja, kannst du, Napo. Du kannst auch komplette Playlisten requesten. So ist es nicht. Na, wo habe er nachher mal den getitten Kartoffelsalat rein. Mal sehen, ob ich mal jetzt wieder in Ohrumpf hervorgerufen habe. Ja. Ja, ja, Black Butler. Gut. Animes habe ich in den letzten Jahren keine mehr groß geguckt. Also, dafür, dass, äh, dass das bei mir auch so langsam zurückgeht, fange ich aber immer so, äh, so viele Animes an. Ja, aber ein, zwei Folgen, das ist ja immer das... Vor allen Dingen, ich habe jetzt ein, äh, Anime angefangen, der wieder in Richtung, ähm, äh, ja, es ist ein Isekai-Anime, also, äh, Held in einer, äh, unbekannten Welt und so'n Kram. Mhm. Und, äh, aber, der Hauptprotagonist ist eine Spinne. Okay. Wird, wird als Spinne wiedergeboren. Und da denke ich mir so, what the fuck? Wie bekloppt können solche Animes bitte sein? Na gut, ähm, ich kenne jetzt nicht den japanischen Namen davon, aber, ja, the time that I got re-incarnated as a slime ist ja auch so ein Ding. Hey, wie kommt... Hey, der Anime ist super, dass er, dass er jetzt vor kurzem die zweite Staffel angefangen hat. Okay, da muss ich mal gucken. Ich muss wirklich sagen, bei dem Anime haben mir die Kampf-Szenen wirklich mal wieder gut gefallen. Das ist ja das, was bei Animes bei mir im letzten Jahr auch nachgelassen hat. Viel zu viel Fanservice, weniger auf actionhaltige Szenen. Ey, aber, besser Charakter in, in dem Anime halt, Milim. Es gibt keinen geileren Dämon mit einer, 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 mit einem kindlichen, ähm, Verhalten. Ähm, Milim Nova heißt das, glaube ich, den Nachnamen. Richtig. Hm, und sie ist, glaube ich, bis zum Erscheinen des Protagonisten der stärkste Dämon überhaupt in der Welt. Korrekt. Hatte ich, glaube ich, mal in einem Ranking auf YouTube gesehen. Äh, doch, äh, Napo, äh, das muss erst mal geladen werden. Okay, Tom. Äh, Tom ist gerade raus und guckt ein bisschen Fernsehen. Okay. Ähm, was genau hat er nicht geschrieben, aber... Gut. Es gibt für jeden Geschmack was. Genau. Wovon ich mir eine zweite Staffel mal wünschen würde, wäre Nan Barker. Nan Barker ist abgeschlossen. Auch, ich finde es ein bisschen schade, äh, weil der Anime ist so bekloppt. Er ist meiner Meinung nach noch nicht abgeschlossen. Ende von Staffel 1 war, die sind, ähm, von einem, wie soll man sagen, übergelaufenen Gefängniswärter gefangen genommen wurden. Und der Kampf ist noch nicht abgeschlossen gewesen. Staffel 1 ist somit geschichtlich nicht abgeschlossen. Aber leider ist der Anime abgeschlossen, das ist halt ein bisschen schade. Ah, Mist, okay. Sowas in die Richtung könnte man öfters mal wiederfinden. Oh, ja. Einfach mal abschalten und loslachen, das ist der einzige Sinn bei dem Anime. Mates haben wir, ja... Moment, der Manga geht weiter, die haben echt den... Oh... Okay, ab hier fahre ich mal nur noch... Bergauf und bergab die langen Bahnen. Das bringt nichts mehr. Mh... Gut, äh... Ich würde mich über eine Neuauflage von Doremi freuen. Okay... Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Warum nicht? Mh, weiß nicht. Mit dem Anime konnte ich nie was anfangen. Gut, vielleicht ist man auch aus dem kindlichen Alter raus. Das kann natürlich sein. Ey, selbst Digimon hat eine Neuauflage der ersten Staffel bekommen. Na, ist gut, aber... Ich sag mal so, Digimon ist ein bisschen mehr Kult für mich als Doremi. Ist auch für mich zumindest ein bisschen actionlastiger, was zumindest die Kämpfe selbst angeht. Das will ich nicht abstreiten, ja. Äh, dann machen wir es ganz einfach. Na, po. Und zack, zack. Ähm, so. Add Playlist. So, zack, zack, zack. So sehe ich es nicht. Ähm, falls sich das Video hier, die Stream-Aufzeichnung, jemand im Nachhinein noch anguckt, äh, was ich hier mit LS nicht bewirken will, ist, dass ich irgendwie groß rauskomme oder ein paar Zuschauer wirklich bewusst gewinne. Ähm, wenn jemand dazu kommt, gut und schön, aber wir sind hier, um Spaß zu haben. Das ist auch die Hauptsache bei mir. Mhm. Es gibt ja Leute, die machen das eher, um ein paar Zuschauer zu gewinnen. Das ist ja die vollkommen falsche Heranzgehensweise. Ey, ich sag's mal ganz einfach. Also, hauptsächlich ist es bei mir wirklich Spaß, aber wenn da wirklich nachher wirklich Geld bei rumkommt, dann ist es auch okay. Na, das nimmst du einfach mit. Gut, du kriegst, glaube ich, erst wenn 100 Euro zusammensiv sind, auch ausgezahlt, aber... 80. 80 Euro, okay. Dann waren's 100 Dollar. So. So, um... Ja. So ungefähr. Ohne Kontext klingt das... Ja. Reiß mal bei uns alles aus dem Kontext. Bei uns kannst du alles aus dem Kontext reißen. Äh, okay. Ich sehe gerade, was den Auftrag hier angeht. Da muss ich nochmal was nachgucken. Okay. Ja. Ähm, wir müssten uns dann eventuell ein Gerät mieten oder kaufen, weil der andere Auftrag ist doch ein bisschen anders. Wir müssen hier Silageballen einwickeln. Und bei dem anderen Auftrag müssen wir einfach nur Ballen... ähm, Heuballen müssen wir dort herstellen. Äh, hier jetzt. Ja, weil ich gerade sehe, da haben wir die Ballenwickelmaschine. Ah, okay. Da können wir gerade der Gedanke, guckst du mal nach dem Missionstyp, weil das ist doch der Unterschied dabei. Also die beiden hier müssen noch gewickelt werden. Ja, bin ich gerade hinter dir mit dem Ding. Okay. Und dann steht noch der Ladebogen beim Händler. Scheiß aus, das Ding. Tue ich doch gerade. Ja, 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 ja. Du ja, ja. Ja, ja, ja. Du ja, ja. Du ja, ja. Ja, ja. Und du ja. geblitzt wurden. Halt, sie wollen uns an die Staatskasse. Das kann ich nicht erlauben, kann ich das nicht. Wir müssen ein Exempel statuieren. Boah, ich bin... Oh. Ich... Was denn? Ich will mir ja neue Dingels fertig machen. Neue Alerts. Nimmst du da auch noch ein? Nee, ja. Und das, was du gerade gesagt hast, als Donations. Jawoll! Ist freigegeben. Passt ja auch mit dem Geld ausgeben. Das Problem ist, der Ballentwickler hier ist ein bisschen langsamer als du. Aber das macht schon Müll. Macht nichts. Wenn du da den Anhänger holst, will ich ein bisschen aufholen. Sollte halbwegs ausgehen. Müssen wir nur aufpassen, dass wir keine... Schattenballen mehr bekommen. Ich sehe hier nämlich gerade einen vor mir. Ah ja. Aber die Ballen werden weiß eingewickelt. Das sollten wir nicht übersehen. Ja gut. Dann würden wir uns aber echt Sorgen machen um unsere Sehkraft. Äh, dann... Schickt uns der... Der Ballen gleich ins rechte Schatten. Boah, von Yu-Gi-Oh! Würde ich mir auch eine neue Auflage wünschen. Von der ersten Staffel. Na gut, ich sag mal die ersten zwei Staffeln. Die ersten auf jeden Fall noch. Einmal das Königreich der Duellanten. Und halt das Battle City Turnier. Jupp, das waren wirklich noch die besten Staffeln. Wobei, die, äh, das dazwischen war auch noch okay. Gibt's zum Beispiel, äh, die, die Fehlerfolgen mit Dungeon Dice Monsters. Oder wo sie halt in die, äh, Dingens gezogen worden sind. In die, in diese virtuelle Welt. Mh, okay. Ich kann mich auszugsweise schemenhaft dran erinnern, dass da was war, ja. Ja, wo es halt um den, um die Dingens geht. Ja. Um den, äh, vier Götterdrachen oder fünf Götterdrachen, wie er nochmal heißt. Oder der Fünf-Götter-Drache? Ach, ich weiß nicht, wie er genau heißt. Besser, besser, besser Charme. Marek ist da. Marek ist super gewesen. Ich durfte irgendwo sogar noch ein Yu-Gi-Oh, Gameboy-at-Once-Spiel rumschwirren haben. Wo du auch gegen Marek antreten kannst. Also die haben die Charaktere bis zur zweiten Staffel alle drin gehabt. Und das Ding habe ich zweimal mindestens durchgespielt. Okay. Hm. So gesuchtet, dass ich wirklich jede Korte mindestens einmal hatte. Ja, du musstest ja einmal ein Duell gewinnen, um dann ein Booster-Pack wählen zu dürfen. Mh. Ja, ich kann mich an das Spiel erinnern. Das war das, glaube ich, glaube das erste Game mit dem Battle City Genue oder das zweite. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab ja zwei. Äh, ja, wir spielen relativ Vanilla. Minimale Mods. Hauptsache ist gescriptet. Nur die, ähm, Map-Mods halt. Das ist Klaas-DC. Äh, Napo, ist das eine Playlist, über die wir auch morgen reden? Alles klar. Das müsste, äh, Tess-Mod of a Sister New Devil? Ich dachte, wenn du schon reinhörst, fällt dir noch was ein. Ja. Achso, okay. Ne, das müsste, warte mal. Asterix War? Äh, Opening 2? Nope. Ach, geht's... SAO fällt schon mal raus. Geht's um ein Thema, wo er vielleicht selber ein Projekt machen wird? Äh, ja. Okay, dann weiß ich soweit Bescheid. Dann verraten wir mal nicht zu viel. Ne, das ist High School DxD. High School DxD. Ne, auch nicht. Äh, war aber schon bei, äh, Animes sind, ähm, Angel Beats, das war noch so ein guter Anime. Angel Beats, ja. Vor allem das Opening. Ja. Das hat ja Melancholie. Das war Fate. Das war Fate? Oh. Äh, welchen Zeitraum hattest du jetzt genommen? 2.1 bis 2... Äh, bis 21, oder? Ja, komm. So. Ich hab aus, ich hab aus jeder Sparte, okay. Uff. Hm, da muss ich echt überlegen. Weil viele, viele Openings hab ich halt nicht mehr im Kopf. Das kann ich dir nicht sagen, tut mir leid. Ah, hier, ähm. Hier, wie hieß er denn jetzt noch? Äh, ja. Ich weiß, welche Animes kommen, aber nicht auf den Namen. Higurashi. Higurashi. Ich hätte jetzt fast gesagt, äh, Conan. Ich glaub auch nur, 87 Mutz will's ja nicht übertreiben. Sagen wir's mal so. Ähm, beim letzten Mal, äh, hatten wir rund 120 Mods drinne. Na gut, da waren aber auch einige durch die Map und die Multifoods bedient. Genau. Aber selbst das ist noch nix im Vergleich zu dem, was ich beim Comic-Connect Sim on Mods hab. Lieber, Hass, lieber, Hass. Lieber, Hass. Ran mal innerhalb. Oh, warte mal. Ah. Schade, dass ich die Playlist bei mir nicht laufen lasse. Äh. Oh, kakakakuri. Naruto. Äh, Bu-Roto. Ne, das müsste Shippuden sein. Das ist Shippuden. Da, 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 da. moment naruto hatte also ich weiß dass schippen glaube ich um die 32 openings hatte und glaube 23 endings ist von einem jahr auch ganz schön viel schippen hat fucking 500 folgen ja trotzdem das muss man sich mal reinziehen 500 folgen das bedeutet ja trotzdem alle 20 folgen ungefähr kommt ein neues opening die haben zum teil haben zwar auch openings genommen und sie leicht angepasst zur situation wie zum beispiel das erste opening haben so zum beispiel eine situation mit gara verändert im ersten shippuden opening meiner meinung nach sogar das beste shippuden opening heroes comeback na gut ich sag mal so wenn es jetzt nur bezüglich der gezeigten szenen geht dann ist es ja nicht wirklich eine große änderung wenn man den kompletten song aber abendet dann würde ich als komplett neuen opening ansehen overlord er trainiert jetzt ich bin ich bin ich bin kein mitspieler ich bin du bist ja da setzt und hab und ich uns zusammen dementsprechend und habt du schon verteilnehmer bisher noch nicht weil wir wollen die sache erst mal planen bis wir die bis wir die teilnehmer halt und suchen okay wie gesagt ich bin bei einem ist sowas von rass ich bin froh wenn ich zumindest zweites zusammen kriegen wird wobei er könnte ja mal ein armes enno hat hat keine headpads verdient aktuell weißt du was du gleich mal verdient hast erst mal richtig angebotst waren wir richtig angebotst werden mit dem traktor nee das ort nur einen malenampa das war der einest trymon den ich für uns schon go denk auf na ja ein scherzen apok ist fast alles verdient was wie viele ballen werden wir hätten eine mod installieren sollen für einen ballenzähler lieber nicht wer weiß wie viele aufträge wir von der sote machen wie gesagt wir müssen mal gucken ob wir uns so einen vendor kaufen oder mieten wobei kaufen ist die frau gewinnen müssen wir die mieten würde ich sagen wobei wenn wir uns tiere halten wollen bräuchte nur für kühe zumindest ein bisschen stroh ein bisschen heute für futtermischungen auch ja dann könnte es sich eigentlich lohnen wir den gleich für die ersten für direkt kaufen ich will mal die nächsten fallung in selben zuge mal was ein vendor kostet der kleinste kostet 11.000 weißt du was wir machen können wir nehmen noch einen kleinen auftrag an wo wir ballen pressen soll also erst wenden dann pressen und dort mit uns das gerät ok weil wir haben jetzt wir haben jetzt schon relativ gute traktoren im einsatz das heißt von der geschwindigkeit passt das und bei dem kleinen auftrag geht nicht so viel geld durch die miete verloren black butler ballen pressen auf dem großen feld ja ja ich bin ein teufel von einem butler ja ist halt vorbei dass das müsste jetzt das müsste ja das erste opening sein meiner meinung nach ist das erste opening dass das bessere von den dreien oder vier wie oft ist es doch fall dass das erste opening eine lange anime serie das beste ist das ist es halt so hier sind alle alles gesammelt sind vier openings der bestes opening von zero zum beispiel ist das erste ja mann aber ihr könnt ja mal so einen richtig alten anime mit reinnehmen mit eurer show dann ich habe da noch einen anderen alten gedacht cap future kickers dieser captain future der denen denn kennt captain future ja vor allem wird er ja nicht gesungen hast du wirklich nur eine melodie außer leider ja auch außer am ende ja hast du bei na aber gut bei selber weiter musste dir die stelle suchen wo du nicht gerade wirklich auch selber weiter hörst ins jahr der anfang halt oder silver hawks wo wir schon bei alten animes sind astro dinos wobei astro dinos ist glaube ich eine amerikanische produktion na gut vom zeitstil habt könnte das passen könnte sein da liegt früher auch auf junio xl dem spätprogramm auf skydome war es beziehungsweise premiere wie es damals hieß und die hatten ja eigentlich kaum animes aber das muss ich mal kurz nachschauen wie ob das ein anime oder cartoon war da das ist gelistet als gelistet als trickfilm serien ist produziert wurde dann kann ich kann ich kann ich die die frage beantworten gott wo steht denn das hier bei created bei ist amerikanisch es ging nämlich um die serie project gkkr wird vielen auch kein begriff project dieke das war auch wirklich ist auch mal futuristisch aber auch mit viel humor kam auf premiere damals das werden auch nicht viele kennen was du mit reinnehmen könntest werden doch ein paar wobei ist es geht das als anime power rangers power rangers nein okay power rangers ist mehr live action ist betelgeuse betelgeuse er ist auch englisch amerikanisch mist zu wem sollten die jetzt hin wir machen gerade fällt 85 das geht zum land wird bauer und das ist die verkaufs stelle das ist direkt hier um die ecke das ist der ganz rechte ja ja weil wir haben wir noch den hanswurst auf dem desktop wieder oben holen tom und jerry ist kein anime ist ist lader jerry ist damit kann jemanden über gemäht ist leider das ist ja der und so ist es buch 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 in die manier hat heidi ist annehmen vom herkunftsland ja weil heidi ist ich wurde gerade geblitzt haben sie hier versteckte blitze installiert na gute nacht das war ein schöner teil unseres geldes ist dann halt so ja aber wir müssten aufpassen das kann doch schnell teuer werden was lacht das nah an er denn ja wegen wegen dem was napo gerade gesagt hat ich habe deinen chat leider nicht auf muss ich mal kurz müsste ich leider noch mal ganz kurz raus da mache ich mal radiert den stream an auf leise und passiert und dann bin ich bei dir auch im chat markt tief kann so rechter wenn du den wenn du den den schützt pop out das genau ach ich sollte mal die ballensammler anschalten aufklappen einklappen oder kommt das sagt mir war es man ist es was neuere so was alt ist weil mit beim neuen krisen das ist etwas älter es ist glaube ich wenn ich das richtig in erinnerung habe in den letzten zehn jahren rausgekommen ich tue bei mir mal ganz kurz die musik passieren und bei dir den stream reinhören das sagt mir leider nichts gut zehn jahres ich gucke schon seit über zehn jahren eigentlich kaum noch aktuelle animes das hat ist das hat ist das hat ist jetzt na wo ist reich wenn du die bürsten ist macht der salat raus das war wirklich geraten das war wirklich geraten klar ich habe die erste der erste stapel oder das erste opening der zweite opening der ersten stoffel oder das erste opening der zweiten staffel wenn die erste stoffel zwei openings hatte hat die dritte stoffel das dritte die zweite stoffel das dritte opening gehabt nimm den kleinen besen kannst kannst ein kerbbesen nehmen mit schaufel der nächste schaufel oder kerblich handfigurte eule so sagt frau glöer ja sorry napo manchmal überkommt es mich halt dass ich auf alte animes wieder hier pferdehaar ja und ich merke was ich muss noch mal kurz raus jetzt liegt da das team von lana wieder drüber über bs ending bin ich nicht so bewandert das opening ist anscheinend nicht verfügbar wir die rechtssache ja das ist doch manchmal ärgerlich sorry napo aber das letzte opening das wollte er irgendwie nicht jetzt doch immer so ewig mit zum laden durch die macht immer ganzer stund wenn ich mein schiebzeit geben ohne moslade einmal im halbjahr halber hentai ja jetzt wäre wirklich ist wirklich ein halber hentai na gut warum kam ja sowas in die richtung wirklich gedanken das ist das problem so viele ein bisschen einfach nur noch fanservice oder halber hentai das ist einfach kein spaß zu gucken es gibt mittlerweile ein anime der war eigentlich als hentai geplant der jetzt ist es gerade erst rausgekommen da wurde jetzt vor kurzem die erste die erste folge von veröffentlicht ich muss mal sagen genau so ist es zumindest finde ich so high school dx die da nimmt der fanservice irgendwann auch ein bisschen zu sehr zu bei manchen sachen ja aber man muss sagen im rand mal ein halb das wort damals ja mit einer der ersten fanservice animist die haben den entwickler gefixt wie gut dass ich da immer nur ab und einmal reingeguckt habe weil danach ein guter anime lief ja die haben den entwickler gefixt wie gefixt hatte da ein problem ja naja habe ich gerade die die ballen maschine weggekickt ja ich sag es mal so frizzugo es sind ja eigentlich alle wichtigen auf dem server drauf also es muss keiner mehr kommen dadurch dass wir ein passwort haben ja warte fack den den comment von narpo mit dem blitzer habe ich in dem moment gekriegt wo du es gesagt hast da sieht man mal wieder die latenz ja manche manche kommen versetzt keine ahnung warum aber das sieht man ja wie lange sind für jetzt ging ab über eine stunde stream war erst und dafür wo war jetzt der händler bin ich blöd keine ahnung ich glaube ich bin blöd und blind ja selbstverkenntnis macht krumme finger aber selbstverkenntnis ist trotzdem was feines so ist jetzt nur die frage wir haben ja am ende immer noch einige ballen über die wir verkaufen können für eigenen profit wahrscheinlich das ist immer so hier ist der blitzer der blöde dreck sagt ab dem blitzer gesehen okay weißt du was ich dann noch gemacht dann guck ich mal ob man den blitzer irgendwie austricksen kann ich muss erstmal gucken wo das steht ach hier na ich guck einfach mal ob da nicht irgendwo anders noch ob du eine andere route nehmen kannst du kommst von da wenn du hier lang fährst eigentlich wäre es auch nur sinnvoll wenn er an beiden Seiten des viertels steht mhm aber anscheinend steht er nur da ne bin gerade am hinlatschen momentan sieht es so aus mhm der anime hat 13 folgen und 13 endings mhm die straßen sind für große amerikanische gerätausgelt und sehr schöne klotzer mhm scheißegal welche Seite du nimmst auf der hier steht auch einer mhm aber was ich mich frage kann man die austricksen indem man ein großes gerätausgelt das ist eine sehr gute frage wobei da wird einfach nur einen punkt auf der straße sich gesetzt haben für den blitzer und dann wenn man drüber fährt wahrscheinlich einfache trigger alles andere werden kompliziert davon gehe ich halt auch aus die wilde gerätsbuben hier so 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 jetzt richtig fast ein glatt bestes es gibt es wieder keine sondern die 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 haben ja ich bin so alles passt ja auch ich bin der labor hatte also fast immer aus der städte bauer ganz mit keiner fügt das fällt so schnell wie ich die fragen kreis rundab ja es gibt es okay das habe ich ja bei mir noch nicht gesehen gut ich spiele auch ohne unkraut apropos hast du gerade abgeschalten weil es gibt unkraut aufträge jetzt nicht mehr okay gut dann sieht die aufträge trotzdem noch drin für den moment silageballen wir haben hier einen kleinen ich sag mal wir leihen uns das gerät von dem kleinen auftrag dass wir den vendor nicht mal wirklich mieten müssen dass wir den großen zweiten auftrag noch kostenlos sozusagen habe ich keine rechte mehr ich guck mal eben nein ja okay jetzt danke dann einmal geräte leihen da kann den auftrag am ende wieder abbrechen wir brauchen ja wie gesagt es geht ja nur um den wenn der ich komme gerade nicht drauf warte mal wo steht denn hier jetzt bitte da wenn der juli in april das was darling das ist never darling in the franks nein wobei weiß der was wenn wir das schon so machen das hätte ich jetzt nicht nicht gedacht lassen lassen wir unseren traktor mal kurz stehen und wenn wir eh schon den gemitteten haben nehmen wir doch den aber ich finde schon krass dass sie eigentlich die letzten richtigen menschen sind die auch kinder zeugen können alle anderen sind ja ja sind ja unfruchtbar gewesen das war halt einer der sachen wo ich so dachte so also das müsste mir jetzt mal erklären ich könnte jetzt versorgen aber ich lasse es mal also endings da habe ich halt nicht so die große ahnung von dementsprechend ist die frage wie sie denn die blitzer eingestellt auf 50 kommen auf 30 keine ahnung gerade mit 30 um sicher sicher aber ich tippe mal dass das ich auch noch mit 40 rum heizen kann was ich nicht ausprobieren sollte ist die geräte so rum an den traktor anzuschließen er ist zu frontlastig vor allen dingen ich kenne die sängerin lisa ja eigentlich auch schon von früher also noch noch vor und trotzdem ja okay ich darf schon abgegeben okay 3000 wie viele ball haben wir noch auf dem feld liegen ein paar sind da noch okay das ist ja silage wo war es denn hallo wo sind hier silage preise es ist eventuell das ok anscheinend bringt der landwirt bauer auch den besten preis für silage passt ah ja also vierkammer zu schnell also mit 36 darf ich maximal und ich wollte gerade schon sagen fick dich blitzer ich bin außerhalb der stadt da holst du schon wieder die nächsten strafzettel nach geht ja noch vom preis her 424 424 so nah man ich wurde ich habe auch das ganz breite schneidwerk mitgenommen sowie von dem kleinen auftrag den vendor also wenn du nix hoch zum feld 99 für den nächsten großen auftrag das heißt du müsstest den band schwatter mitbringen das ding was wir am feld stehen haben links ja ich bin ja noch nicht fertig mit ballen aufsammeln ich hätte es fast gesagt love life aber ich weiß das ist es nicht magi magister negi magi also aus dem universum oder was anderes nein 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 es gab auch noch eine serie mit dem namen das ist das problem magi magi 1 2 3 napo so wo beginnt hier jetzt das feld 99 ja frizugo das ist halt so manchmal ist das schon nervig wie hieß sie denn noch ich glaub es gibt aber frizugo ich glaube im mod-hub gibt es einen mod der die kameraeinstellung speichert bin mir aber nicht hundertprozentig sicher ich fand fand sie eigentlich recht recht nice von ihrem kampfverhalten her dass sie mit ihren mit ihren dingen kämpft hier mit ihren fesseln ich glaube ich weiß sogar um welchen animes geht es um so eine sklaven genau morgiana genau morgiana kam im namen vom anime auch das wird labyrinth vor ja dann weiß ich auch mal wieder nur im groben worum es geht beziehungsweise welche charakters geht weißt du wie die mod heißt ne leider auf anhieb nicht aber ich kann mal ganz fix für dich raus zappen und schauen ob ich doch auf die schnelle find das wollen nämlich wie gesagt mod hat das jetzt hatte ich doch eine größte kris wenn dann müsste es als opening gehabt haben aber wie gesagt haben wir jetzt kann auch sein dass ich falsch liegt im moment finde ich sind nicht move to kamera was nicht dann hatte ich vielleicht doch leider wird zur jugo er hat das opening gehabt von der zweiten staffel oder war das war das vom film nee da hatten wir das opening gehabt mhm 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 600 harry auch 6000 für die ballen jetzt ist auch nicht verkehrt das ist noch mal etwas was die hälfte des eigentlichen auftrag ist das sind ordentlich worden jetzt alle das waren jetzt alle ballen darauf ok dann lassen wir aber wie es am anfang ist doch den auftrag jetzt erst aktiv dafür die geräte hat feld 99 bist du jetzt kann aber sein dass ich das kleine schneidwerk nutze weil das große ich habe gleichzeitig hinten den vendor noch mit dran ach so hast du den noch schon geholt den habe ich schon geholt wie gesagt du bräuchte es obwohl wenn ich das so mache das war doch ein bisschen anders das war 11 lied was das ending oder opening war das opening sagt ein bisschen mehr vom klang den anime habe ich nicht komplett auf dvd okay beim enden könnte es sein dass ich kenne aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher auch mann ich kann den ich kenne das ding ich wollte später mit dem vendor drüber ich würde es fast sagen mir ein icky aber mir ein icky kann es nicht sein was los muss kacken auch mann madoka matschika madoka ja dieser anime ist einer der wirklich tief in deiner auch in deiner eigene seele schaut madoka puella matschika der schaut wirklich auch tief in deiner eigene seele dass da könnt ihr mir gerne glauben ja von dem was ich auf gewissen seiten an bildern dazu gesehen habe glaube ich dass die wollen ja vor allen dingen der anime ist so zwei geteilt also auf der einen seite ist es ist gerade aktuell so richtig fröhlich und freundlich und in der nächsten szene wird 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 jemand umgebracht yogi of 5 dies ach du scheiße ja gut 5 dies habe ich habe ich leider nur das opening immer mitbekommen ja auf der einen seite dringst du so ja alles geil klar würde ich jetzt gesagen oder kommt mir auch noch ein etwas älteres oder anime mit guter story aber so viele weiber marken key die ein kerl toll finden da gibt es ja genügend an ich mir ist oder viele viele hinzeit das ist das problem ja das ist ja umgekehrt da findet der karl die weiber toll aber die ihn nicht oh mein gottes zitronen die welt zu zerstören date alive date alive nee angelbeats das ist wieder was ganz anderes ganz anderes das ende so traurig ich finde das ende so traurig ich finde das ende so traurig äh vor allem sie sie laufen einander vorbei drehen sich auch so gemeinsam um und dann und dann endet es einfach so zack fertig ende aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe soll date alive fort hier angelbeats fortgesetzt werden beziehungsweise soll eine neue serie bekommen die in dem universum spielt mit normal neun ganz neun figuren ne eventuell mit den selben figuren ok zumindest ist das was ich gehört habe weil der mangaka der das ja gemacht hat hat ja auch was anderes gemacht was davor auch relativ bekannt ist nur ich komme gerade nicht auf den namen selbst blitz wird fortgesetzt das finde ich so geil beziehungsweise wird neu aufgesetzt sage ich jetzt mal ich habe zeit kubo ja was was rausgehauen jetzt wird es ganz schwer ok oh die ost oh gott ok ost da bin ich komplett raus da muss ich den spicken lauter machen gut den muss ich jetzt den kann ich jetzt nicht mehr sagen weil ich habe es mittlerweile gesehen weil ich ein bisschen lauter machen musste ballenmaschine die karte wenn wir nehmen die karte fallen natürlich so steht da drin es steht nicht nur welche ballen einfach nur zu ballen das ist egal ich bringe den vendor mal mit den vendor habe ich doch schon das große ding was du mitbringst wäre das schwadern der schwadern genau das ding was beim händler steht oder ja so toll gemacht werden ja den wender habe ich aber hinten dran bloß weil ich das ganz breite schneidwerk die kombi habt da kann ich den nicht nutzen da würde ich ein bisschen links und rechts umgewendet lassen ich kann dir sagen warum warum dich der song an mir erinnert weil der komponist der auch an mir mitgearbeitet hat auch für darling in der franks mit komponiert hat wenn ich das gerade richtig zusammengekriegt habe ich muss mal gucken welche animes ich bei mir überhaupt noch im schrank stehen habe vielleicht könnte man da auch noch ein zwei andere docks finden habe ich recht gehabt napo krass weil ich weiß dass der komponist auch für final fantasy 15 für final fantasy 14 mit komponiert hat deshalb kam auch das crossover zwischen mir und ff 14 zustande mit ja verdammt gut ich glaube er hat sogar auch an 15 und jetzt für zukünftige ff 16 mit zusammen die osc von oder nabuna sind auch von dem machen genau wie zum beispiel das was wissen ja nie ist klar wussten hier der renner das ding was ich hier gerade stehen lassen wo hier der eingang ist der eingang ich bin ich bin dann einfach irgendwo links drauf gefahren ach so wobei der eingang war ich ja vorne gewesen sie ist gleich mal vorbei von neem tut man noch nicht mal fällt 99 ist doch ja trockene mit dem wender aber du hast jetzt momentan den schwarzer nein damit wende ich das nein das ist das schwarze oder das was ich hier hinter mir stehen habe ist da wenn der dort wo du gerade drauf hast auf dem dunklen das ist schon gewendet damit legst du zusammen ja stimmt ja na da liegt auch bald zusammen wenn du noch weiter so die blitze nutzt ich weiß nicht wovon du redest dann macht die stadt für dich ein tonnest ist halt fertig bei den blitzen und da muss man sagen ob ist das der kleinste von den wendern also hat er nicht mal große arbeitsbreite gleich mal rein nein das menü der hat eine arbeitsbreite von sechs meter und der größte hat 13 meter die werden wir über den fluss müssen aber ist das hier wie bei der elbbrücke mit den verdammten blitzern vorsichtbar damit wenn du über den wenn du über den fluss müsst wieso ich kann mir vorstellen dass er die blitzer meint wenn es hier schon auf den einfachen straßen welche gibt warte mal wieso sind das ja auf der einen stelle dann wieder so hält grün keine ahnung warte mal ich habe eine vermutung und über die zugdrücken von ihr fallt runter ok kann es sein dass wir hier durch multi frucht auch eine andere grassorte mit drin haben das können wir haben silo gras ach das wird silo gras sein was wir dann haben ja aber durch ballen sollte es ja nicht das problem darstellen ah 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 dann müssten wir zweimal wenden weil die hellgrüne gras textur nach dem wenden ist die vom vom stroh vom heu ok das heißt man gleich nochmal rüber genau das muss hellgrün sein wir können auch mal testweise von dem von noch bahn hellgrün dann was pressen ob das sagt das ist das richtige aber gut to know aber das nehmen den ost kann ich nicht kann ich nicht zuordnen ja und blatt plass alter blatt plass wann habe ich blatt plass das letzte mal gehört das ist aber wunderschön ich habe mir nebenbei gestern habe ich habe ich habe ich ja nach dem stream noch ein bisschen in ff 14 so weitergemacht und habe dann und habe mir nebenbei noch so ein paar windeter quellen gesammelt damit man halt seine gebieten auch fliegen kann und da gibt es so viel geile geile musik im hintergrund das glaubt ihr gar nicht ja das stimmt spiele sind mittlerweile auch so dass die durch musik viel atmosphäre bringen die durch musik viel atmosphäre bringen aber was ich dir nicht gesagt hatte napo ist bei mir eine schurken na gut essen ja sie wird sie wird halt durch die durch die gehilfengilde halt gut bezahlt mit essen ja mit hasen und du bist eine viera ja 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 Nee, in dem Lied gerade so. Als hätte sie einen auf den Sack gekriegt. Was denn? Nichts, nichts. Nichts, nichts. Nichts, nichts. Leider habe ich schon meine drei Gehilfen frei, meine drei Gehilfen benutzt. Tobi, tut mir leid. Aber drei habe ich aber auch nur durch die FF14 App, die es ja gibt. Ähm, ich sage, das ist Fates Day Night und der Servant ist Achilles? Falsch? Okay. Verkackt. Boah. Ach nee, Achilles gab's... Okay, also ist es der Netflix-Teil, der rauskam. Mordred. Ja, viele sagen so mal, es gibt kein Netflix-Teil, bla bla, mimi. Naja, genau. Im Endeffekt, äh, der Kampf vor dem ersten, ähm, Kral-Krieg, sag ich jetzt mal. Äh, Fritz, so gut, dass wir das Wenden separat machen, liegt daran, das große Schneidwerk, was ich dran habe, ist ein bisschen breiter als der Wender. Das heißt, es wäre hier und da bis hier was liegen geblieben. Ja. Außerdem haben wir doch genug Zeit hier. Ja, wir haben mehr als genug Zeit. Außerdem, so zweit ist man bei solchen Aufträgen gut genug ausgelastet. Und ich wollte jetzt mal... Wir sind ja eigentlich blöd, ne? Wieso? Äh, wir hätten es doch eigentlich zusammenziehen können. Rüber, wieder zusammenziehen, rüber. Na, stimmt. Wobei, du hättest einmal zusammenziehen, zweimal drüber und nochmal zusammenziehen müssen. Aber ob es sich unbedingt so gelohnt hätte... Hm. Hätte man schauen, äh, könnte man schauen. Ja, der Wender mit 11 Meter, der Schwader hat... Der Schwader hat nur 9 Meter Arbeitsbreite, da ist der Wender ja deutlich breiter. Ne. Quatsch. Der Wender hat 6 Meter, der Schwader hat 9. Wollte schon sagen. Wenn das gezogen ist, dann... 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 Dann darf man nur nichts zu übertreiben und dann... Uh, für Bahn zusammengelegen, geht noch schwieriger. Ja, gut. So, ich zieh' jetzt erstmal die, äh, die langen Bahnen so. Und dann... Ich bin dabei mal mit... dem ballen wirklich unterwegs beziehungsweise mit der presse ist nur die frage können wir hier irgendwie noch den ballen abändern weil momentan ist da noch und angefangen auch grasballen drin ja super super ust auch wenn ich den dank der deutschen synchro nicht wirklich oft hören konnte wenig wenig im ganzen anime nicht leiden konnte war 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 er ich habe seinen namen nicht meinem kopf ich mochte ihn überhaupt nicht er hat sie immer erst so ein bisschen geärgert und takumi ja müsste müsste er sein ja ja es gibt leider immer wieder an ihm ist wohl synchron sprecher technisch für den europäischen raum allgemein oder von deutschen einfach die tolle gegriffen wurde hinater na welchen einem ich auch recht witzig fand war hieß mein maester soll ich dir mal sagen den habe ich auf tv wundert mich nicht kennst du viele wunderbare deutsche schauspieler kennst du ähm el casador de la brujer äh ne ähm es glaub ich so ein bisschen in die richtung äh sollten die jetzt auch gewickelt werden nein nicht gewickelt die sollen wir einfach nur pressen was wenn wir wickeln dann tun wir daraus die lage ballen machen hier müssen wir einfach nur zusammen fahren und pressen und ich versuche mal was ähm hallo wieder anschalten also ich bin ja ehrlich ne ich finde die deutsche und und original stimme von morgen freeman ja so geil morgen freeman der könnte sogar die bibel vorlesen und die leute würden es feiern na gut aber das stimmt wie war es allein captain captain kirk hatte doch drei dubbel für seinen arsch nur weil er seinen selber zu fett fand ich sag mal so die leute die wert auf aussehen und auf sprache beziehungsweise auf stimme geben müssen sind nachrichtensprecher die müssen gut vor der kamera aussehen und die nachrichten gut rüber bringen naja aber du kannst keinen nachrichtensprecher als synchronsprecher nehmen das geht nicht ja nicht beim anime nee das nicht aber um einfach mal das thema aussehen gegenüber stimmen nochmal kurz naruto warte mal ich glaube ich habe noch nicht die konsol die konsol habe ich gesund und zwar kommt kommt die musik wenn du wenn ein kampf gewonnen wurde zum teil oder während während rück während rückblenden nee kurz bevor der kampf gewonnen wird so welches welche welchen osc ich ja besonders mag ist wenn akatsuki akatsuki auf den plan trifft also wenn man die leute von denen trifft mal die skater gegen so ja der okage von rales ich kann welchen ich aber auch mittlerweile von roto geil findet ist ja der die musik von cara wenn cara auf den plan tritt jetzt kommen die oberficker vom dienst na da war doch mal ganz gut wobei ich habe eine vermutung dass wir eventuell das getrocknet ist heute wieder zu silagegras machen wenn wir drüber von oder ich vergucke mich ja gerade was sind man wenn du dann rauskommt manchmal liegt auch noch dunkle haufen mit zwischen ja weil guck mal vor mir ja aber dass die lage gerade durch guck mal direkt vor mir was da noch liegt na alle drei gemischten sorten richtig aber das dunkle sollte doch komplett weg sein wenn du einmal mindestens drüber bist nein weil ich hier noch teile übrig gelassen habe alter wird verdatteln jetzt das auf jeden fall irgendwas asiatisches das nur ragami ok aber nicht ja das weiß ich das ist nicht ja das ist ungemerkwürdig jetzt stimmt fritz hugo wie viele bahn hast du denn noch noch mehr ist genug ja das kleine stück an der seite noch und dann bin ich und dann gehe ich noch mal mit gehe ich noch mal rüber um das halt oder ich würde mal vielleicht kurz was versuchen doch ein bisschen zu schwaden war da war das eine battle steam ok ja da wird aber auch nur sauer weil er halt dingens retten will wie heißt er jetzt noch hier heißt sein schwert fuck wie heißt ein schwert nochmal für zu gut das mache ich gleich mal ach so komisch aber für ein schwert fuck stimmt jokine ich fand das aber geil war plötzlich in den double sport mode gegangen ist weil er einfach mal jato vertraut hat oder beide sich gegenseitig vertrauen also ich würde das einmal einmal zusammenziehen einmal komplett ok also einmal einmal beides in eine reihe ziehen und dann dann war ich aber durch warte 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 bevor jetzt einmal lang gehst ok 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 jetzt kannst du da da wir kein haus haben können wir die nacht nicht überspringen oder wir tun zumindest auf höchste geschwindigkeit stellen wobei das ist die frage ob dann irgendein timer schneller abläuft für die fahrzeuge warum sollte ein timer ablaufen ich hatte im einzelspieler gehabt ich hatte die zeit vorgespult und plötzlich waren die vorzeuge nicht nur da ich weiß ja nicht ob das line der vorzeuge auf 24 stunden begrenzt ist sollte ja nicht okay dann ist aber trotzdem komisch dass bei mir die vorzeuge weg waren bei mir war das nicht auf diesem grundstück ich hatte die bga mit diesem startfeld wir starten ja komplett ohne also wir haben kein feld kein gar nichts ja und ich persönlich spreche mich gegen bga aus das bringt zu schnell zu viel geld du brauchst eigentlich nur kleines gerät einen kleinen radlader mittleren traktor und schneidwerk sowie ein sammeln worgen aber jedem seine spielweise na ich weiß nicht für mich ist bga außerdem kein ding was den bauer sich unbedingt annehmen sollte auch wenn dort mit gehäckselten meist gearbeitet wird hauptsächlich ist klar fühle ich das fühle das richtig das ist auch ein animer den ich noch gucken möchte habe ich auch noch nicht geguckt welchen bösewicht hat man denn die musik geklaut bist du hier schon mal rumgefahren am rand ja siehst du okay klingt wie eine klingt wie eine boss musik aus final fantasy na gut ich sag mal rl ist eine bga für ein bauen was gutes kann damit halt noch eine separate einnahmequelle für sich generieren aber für das spiel für den ls tanja dass das kann ich aus tanja sein obwohl er den an könnte ich habe den anime nie geguckt sich kennen aber die haben ja den devil tanja ist super wenn man bedenkt dass es eigentlich ein kerl ist der in der von gott in in eine alter in eine alternative welt geschickt wurde und das da zu einer frau wurde das kind wieder geboren wurde als mädchen und dann so mal der jüngste jüngste feldherren wohl wurde richtig irgendwie haben sie seit den letzten jahren viel mit reinkarnation bei animes yog compiled war apur du hast du hast wirklich tanja oder leer leider was heißt hier leider also ich habe bisher in meinem leben bisher nur drei tanjas kennengelernt eine habe ich damals während meiner ausbildung kennengelernt und und zwei andere während meiner arbeit bei amazon da fand ich arbeitskolleginnen von mir so eine dozentin heißt tanja okay aber ist nicht der teufel oder die tanja von ihr wird ja mit jetzt geschrieben ich will erzählen die iwe ja gut also ich bin ehrlich da würde ich aber auch machen wenn ich den grund erfahre das könnte in der ambient musik aus final fancy sein aus dem alten tempel oder so wie weit seid ihr mit euro plays zu den ost die müsste fast fertig sein tempel ist gut tempel 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 eine alte legende besagt ein fluch alle zwei jahre warum kommt mir gerade die windet in den kopf what the fuck zwei menschen sterben zwei entführt higurashi wobei ich diesen satz in der in der geschichte auch nie verstehe der ganze anime ist richtig weird bin ich mal ehrlich joo bis dann fritz ugo ja noch im untersteigen abend ok kannst du gerne machen und mit der nacht keine ahnung ich weiß nicht wie lange er noch machen möchte bis 11 also anderthalb stunden bis 11 morgen muss noch mal ran ja um 14 uhr haben napo und ich ein date davon spricht die roste mit ja das würdest du gerne wissen wollen man ja tschüss fritz ugo ist das hier noch higurashi müsste ja theoretisch ich wüsste mal ganz kurz bei mir ok irgendwie ist bei mir bei der twitch statistik der zahl für den stream mit ohr anfängt oravino seraph kappa ach man auf das ist aber wird schnell oberloth oberloth stimmt oberloth stimmt ich habe den higges sehen aber allein von dem drei aus buchstaben stimmt oberloth das müsste theoretisch dort sein wo äh wo 1 ja wohl lord 1 halt das erste mal seine kräfte benutzt richtig gegen dingens am ende hier wie hieß sie noch lord 1 ja hier wird a i n z a i n z ja a i n z äh gesprochen weißt du warum ich dein name so ein bisschen gegen dingenshellt hier genau warum vergesse ich ihren namen immer wieso erinnert mich vorbei er im campdingenshellt hier äh auch nicht seine komplette kraft benutzt hat hat er auch nur einen bruchteil seiner kraft benutzt seien wir mal ehrlich in keinem kampf hat er seine gesamte kraft benutzt in keinem albedo nee albedo ist so ich weiß nicht albedo ist die ist eine zündere durch und durch und das ist das was mir was mich bei äh gewissen animes äh so richtig nervt das habe ich nicht gesagt ich meine es gibt nur gewisse animes wo es einfach unpassend ist gut dieser interne kampf zwischen albedo und scheldt hier ist okay aber dieses ja krankhafte von ihr krankhafte von ihr das ist das was was mir was mir so auf den sack geht wenn du verstehst was ich meine ja i know ja siehst du und aber und 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 wenn War das nicht dort, wo Lucy ihre Erinnerung wiedererhält über ihre Vergangenheit? Guck mal, mir bleibt vieles im Kopf hängen. Ich kann aber die meisten Sachen nicht zusammenhängen. Das ist mein Problem. Ja, irgendwo hast du einfach einen Punkt erreicht, wo du schon so viel gesehen hast. Ja, dieser Punkt halt. Aber Elfenlied könnte ich mir auch mal wieder ansehen. Ja, der eine, wo mein Name herkommt. Mhm. Und was für ein Zufall, dass ich den überhaupt kenne. Warst du nicht einer der Ersten, die erkannt haben, wo mein Name herkommt? Kann sein. Ich habe es zumindest mal angesprochen, dass ich den aus dem Anime ja kenne. Dass er ja eigentlich von einem Mädchen stammt. Du mir sagst, der Anime. Das ist mir eigentlich scheißegal, wo der Name herkommt. Wer mir der Name gefällt. Ja, das ist klar. Dann behalte ich den Namen. Da kann einer sagen, was er will. Ich bin ehrlich, ich habe im Endeffekt auch, ich nutze für diverse Sachen verschiedene Nachnamen. Im Endeffekt nutze ich zum Beispiel in Final Fantasy den Nachnamen Kurosawa. Gut, ich heiße zwar jetzt Ayumi, aber das hat damit nichts zu tun. In manchen MMOs nutze ich halt als Nachnamen Drangnil. Es ist halt, solange der Vorname passend ist, ist es nachher ja scheißegal. Oder nicht? Dagegen habe ich auch nichts gesagt. Wie gesagt, es ist mir nur aufgefallen, dass es halt in dem Moment für mich ein Mädchen-Name war. Ja. Aber ich kenne dich als Nana und das ist ja auch nicht das Problem. Nee. Das ist, glaube ich, jetzt hier Dingens gewesen. Hier Angel Beats. Das war Mirai Niki? Das war am Ende, ne? Am Ende der Serie, ne? Guck mal, das ist auch wieder so eine Sache. Ich muss nur, ich muss nur den Titel oder den Anime hören und ich kann dir in gewisser Weise sagen, wo das passiert ist. Das ist halt auch so eine Sache, wo man denkt so, wie kann der sowas wissen? Das ist natürlich wahr. Aber das zeigt mir, dass du eine gewisse starke Begeisterung für hast, dass du sowas auch merkst. Ja, und gut, ich bin jetzt ehrlich, mein Vater nervt. Der ist regelrecht genervt davon. Ja, darum ging's nie. Es ist mehr die Sache von damals, dass ich nie wirklich Mathe und so gemacht habe. Sondern, dass ich mehr, äh, ja, damals Naruto und so Kram geguckt habe. Kram übrigens seine Aussage, nicht meine. Ja, das hätte ich mich auch gewohnt, wenn das jetzt wirklich deine Aussage gewesen wäre. Nein, 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 nein. Ja, alles gut. Aber, naja, er hat aber mittlerweile gemerkt, dass das für mich so, im Endeffekt, dass da ist, um abzuschalten. Nachdem man das begriffen hat, ja. Ja, so wie er sich vielleicht auch so manche Sendungen im Fernsehen anguckt. Ey, er schaltet ab, indem er NS spielt. Ja, also. Und normalerweise sagt man, hat den älteren Generationen noch, dass die gegenüber Videospielen eher negativ eingestellt sind. Nö, mein Vater ist ja recht positiv. Ja, man fordert es ja auch. Oder neutral, sagen wir es mal so. Man fordert es ja auch einer, der kann mit Technik gut um. Durch den habe ich ja als kleiner Stift den PC überhaupt kennengelernt. Er ist damit gearbeitet, richtig. Da in dem Sinne kann ich eigentlich sagen, sind meine Eltern wirklich locker gewesen. Ja gut, äh, mittlerweile ist aber auch an dem Punkt angelangt, wo er sagt, äh, gut, Streaming ist für dich auch zum, ne? Ja, das stimmt. Du hast ja deine Community, die du kennengelernt hast, mit der du auch viel Zeit verbringst. Genau. Also ist es auch in der Form vom Abschalten mit Freunden. Genau. Das begreift er auch mittlerweile. Gut, meine Mutter hat es vorher auch begriffen. Also die hat dir das relativ früh bemerkt, weil ich halt dadurch wesentlich entsp... What the fuck? What? Ich zeige ihm Blumen. Na, was hast du bei Nauna bitte rein? Ich war gerade, ich habe gerade echt so gedacht so, what the fuck? What the fuck? Man muss mal drauf achten, hier zwischendrin sind immer noch solche dunklen Stücke. Ja, egal. Ähm, aber Nauna für eure, äh, ich sag mal Quizshow, äh, kennt ihr denn den Anime Noir? Noir, klar. Hm, könnte man vielleicht auch einiges, vielleicht nicht den Opening Song, aber das Ende reinnehmen. Da kommt vielleicht auch nicht gleich jeder drauf. Ähm, ja. Äh, wo ist denn jeder Anfang? Ähm, komm mal zu mir, ich bin gerade die erste Runde nochmal gefahren. Beziehungsweise ein Stückchen davon bin ich gefahren. Ähm, was hätte ich... What the fuck? What the fuck zu dem, was Nabu da gerade als So Good Quest geschehen hat? Ähm, ja. Totally brainfucked. Oh, da nimmt vielleicht auch was aus dem Anime K-On mit rein. K-On, oh ja. Habe ich auch auf DVD, zumindest die erste Staffel. K-On hat ja auch da auch noch eine zweite. Ja, geht aber dann um andere Mädels, nicht um die... Nee, K-On geht immer noch um die gleiche Truppe. Okay, ich dachte, es geht dann um noch... Na gut, dann kommen vielleicht noch ein paar dazu. Eine Person kommt dazu. Mhm. Gut, aber da muss ich mal sagen, bei K-On sieht man auch wieder... Selbst so ein eigentlicher, einfacher Slides of Life Anime hat auch noch... Ich sag mal, minimal bei einer Folge ein bisschen Fanservice drin. Und sogar, wo sie am Strand sind, bei Mugi, ähm, in dem Haus von ihren Eltern. Gut, was willst du machen? Eine von wie vielen Folgen? Da siehst du drüber weg. Ansonsten ist da Anime richtig gut. Ja. Ähm, warte mal, wo wir auch gerade bei sind. Kennst du Murder Princess? What the fuck? Napo, Alter. Hahaha. Warte mal, den Song zumindest... Alter, Napo, was geht denn bitte bei dir, ey? Den Song-Request, den muss ich mir mal... What the fuck? Quats. Das muss ich mir dann mal angucken. Beziehungsweise anhauen. Nee, ich habe die Song-Request ausgemacht, Napo. Ja, aber wie gesagt, eine Mördeprinzess, eine dreiteilige OV-A. Da können wir vielleicht auch was reinnehmen. Wobei, wenn man so guckt, es gibt mehr als genug Animes, wo man sich was nehmen kann für so ein Format. Also, äh, ähm, wie würdet, äh, wie würdet ihr, äh, Juno einordnen? Äh, Jandere oder Erzündere? Kenne ich nicht, die Gude. Miranicki. Ähm, wie gesagt, ich habe schon ewig halt in kein Anime geguckt. Jandere, okay. Oh, KDA. Ich würde auch sagen, Juno ist rein Jandere. Wobei, äh, so eine Mischung aus beidem, finde ich. Äh, ich habe das Video dazu nicht gesehen. Aber ich finde es gut, dass die KDA nicht, äh, dass Ride KDA nicht, äh, links liegen gelassen hat nach dem, nach dem ersten Song. Äh, liegt daran, dass der, dass die Sprecherin von Kaiser, beziehungsweise die Sängerin, äh, äh, in dem Lieb nicht, äh, teilnimmt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Echt? Okay. Äh, ist das? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. dann kann ich kann ich dir nicht wirklich sagen woran das liegt könnte vielleicht daran liegen dass vielleicht ja corona geschuldet keine ahnung aber was hältst du davon dass er jetzt aus fünf personen besteht und nicht nur nicht nur noch aus vier dann stelle ich mir die frage hallo victor da stellt sich mir jetzt nur die frage warum sie dann in einem kda skin bekommen hat wenn sie keinen bestandteil wenn sie kein bestandteil von kda ist okay aber ob sie jetzt nicht dazu ok gut zu wissen war klar dass der song irgendwann kommt und und die Das war's. Aber der Song hat ziemlich lange gebraucht, damit er überhaupt mal als Meme-Song genutzt wird. Außerdem wurde er nur bekannt durch TikTok. Was ich ein bisschen kacke finde, würde ich jetzt fast sagen. Und Vektor, endlich Urlaub? Ja, der brach richtig durch die Decke. Ja, morgen, 19.30 Uhr. Ja, passt doch. Dann hast du erstmal eine Woche Urlaub. Ja, morgen. Ja. 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 Ich weiß von nicht da. Wer ist nicht da? Ich weiß von nicht da. Ich weiß von nicht da. Ich weiß von nicht da. Ich weiß von nicht. Das Lied geht ab. Das ist wirklich saugeil Ist das noch nie gehört Ist das Lied von diesem Jahr Oder Noch vom letzten Jahr Weil Corona-bedingt konnte er ja nicht wirklich Viel Songs machen Ist das echt von 2020? Okay Sechster, zweiter Hammer Ach, du sammelst schon? Ja, ich sammle schon Wird nur bei der Dunkelheit ein bisschen schwer zu finden Da macht Licht an Ja, mach ich ja auch Bloß in der Ferne Da wird es doch ein bisschen schwer Ja, das ist ja immer wieder im ersten fall naja na man macht eine bau und disco jetzt zu ja es passt halt gut zur musik gerade deshalb bauer hans was jedve twin mit abo abo gehört hab ich hab zu euch Footnet und Einzwer beneficienter eins finde ich bei der map aber gut mir sind noch keine betonmisch entgegengekommen na gut dafür was irgendjemand anderes abgesehen haben vielleicht... vielleicht aber auch nicht Du kannst wieder sehen.. oder wie es hat mich gesehen, ob es heuteங Goes Elle zum Problemyan continental Ich bin noch mal gespannt, wann Hotspace Shipwrecker das nächste Update kriegt. Keine Ahnung. Ja, damit wollen sie ja auch den gesamten Fortschritt, den man gemacht hat, erstmal zurücksetzen, weil die dann ja auch die Story mit reinbringen. Deshalb will ich damit noch gar nicht erst groß anfangen. Weil alles, was man jetzt macht, ist so oder so für einen Arsch. So. Wie kommt man da hin zu dem Jungen? Wir passen gerade aus. Dann würde ich mich schon mal zum nächsten Feld begeben. Das andere kleine Feld, das habe ich nur angenommen, damit wir die Geräte kriegen. Da kannst du den 1.000 dann natürlich machen, aber ob du unbedingt so viel runterjuckeln willst für 1.000 Euro? Feld 4. Unten links ist das. Wie gesagt, ich habe nur den Billigen genommen, damit wir einen Vendor gekriegt haben. Sonst hätte man den mieten müssen und das hätte auf Dauer doch ein bisschen zu viel gekostet. Ich will mal kurz was angucken. Was denn? Den Weinberg. Oh, von... Hm? Geil. Na ja, wir wissen ja, dass er ja ein begnadeter Anime-Fan ist. Ach, fuck. Ah, das war schon passend. So, wenn ich ehrlich sein will, ich glaube, ich habe hier alles an Kleinkram mitgenommen. Äh, wie viel ist denn noch in der Presse drin? Äh, 51%. Ähm, ich glaube, an einer anderen Ecke lauft noch ein bisschen was, obwohl ein Ball mehr oder weniger. Habe ich schon alles, äh... Na gut, wenn du alles hast, dann... Ah, nicht quatschen und vorn, ich habe viel an Eifert verpasst. So, aber ich werde die Musik jetzt mal ein bisschen leiser machen. Weil im Stream könnte es etwas laut rüberkommen. Wo ist jetzt, bitteschön, der Verkauf von den Ballen? Ich komme runter. Wenn ich mir den markiere, sagt der mir direkt die Halle hier. Muss ich nicht etwa rückwärts reinfahren, oder? Äh, ich würde es mal hier probieren. Öff, öff. Danke. Weil die allgemeine Markierung, wenn man sich die bei den Preislisten setzt, dann haut er die... dort bei der Halle drüben hin. Äh, da gebe ich dir den Tipp, äh... Ich drücke das rückwärts ran. Genau. Geht auch nicht anders. Warten wir. Zieh mal, aber noch mal. Normalerweise hätten wir die Dinger ja zu Rundballen pressen müssen, das soll. Hm. Oh, passt doch gut gut. Flup. 107? What? Okay. Was? Äh, Feld 4 wurde auch gerade gemacht. Dann ist es... Dann lass erstmal Feld 4 unten mähen. Es gibt einen Bug bei dem Mod. Da kann die Zuordnung nicht richtig den Feldern entsprechend machen. Wo hast du die... Äh... Schneidwerk steht beim Händler. Achso, hast du schon runtergebracht? Hatte ich schon runtergebracht, wo ich den Sammelwagen geholt hatte. Ah, ne, die Presse. Also kannst du beim runterfahren halt mitnehmen. Wobei, das ist eine ziemlich große Strecke. Wie fährst du da dann überhaupt? Da war noch Küsten lang. Hm. Gut, ich werde auch noch mindestens zwei Pfannen haben, die ich hier runterkarren muss. So. Schauen wir mal auf die Fortrichtung. Einmal in den falschen Kreiswerk herein. Äh. Na, ich musste gerade nur jemanden, äh, über Discord, äh... Oh, alles gut. Das beantworten. Alles gut. Äh. Sonstiges? Achso, die Miete. Äh, kann doch sein, dass... Wobei... Wollen wir irgendwas? Nee, dann bin ich vielleicht in den Blitz rein. Das kann ich nicht gut annehmen. Das ist natürlich, ich soll mal ein bisschen blöd, dass die Map hier Blitze hat. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, darum hast du doch gar nicht einen guten... Traktor mal an Blitzsonnen einfach nur bezahlt. Mal gucken, was wir jetzt noch die eine Stunde bis Streamende noch alles schaffen. Joa, wahrscheinlich die drei Aufträge. Ja, alles rumbekorren, das ist ja das große Problem. Wobei... Wobei, warte mal. Wir können das anders lösen. Wobei... Nee, doch. Ich glaube, die Zuordnung... Äh... Die Zuordnung macht das schon falsch. Nee, ich dachte nur dran, dass wir den Auftrag abbrechen, dass der Fortschritt für die abgelieferten Ballen dann nur noch dem einen fehlenden Auftrag zukommt. Aber was ich sehe, ist ja, Feldvierter, kleiner Auftrag braucht nur noch 20% und das ist das, was du mit dem Mähen auf jeden Fall zusammenkriegst. Mhm. Dann wollte ich mal mit der Abgabe, bis du das Feld gemäht hast. Ja, kriegen wir hin. Ja. 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 Bisschen stärkere Fog-Kontraste, das sieht schon schön aus, aber wenn du dafür den Ball nicht mehr erkennst. So ist damals garantiert auch der Ball aus dem Schatten zustande gekommen. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Na, weil WeShit nutze ich ja mindestens seit dem ersten LS damals. Seitdem wir zusammengezackt haben, komm her, du Ballen. So, mal gucken, wie ich jetzt da runterkomme. Äh, da und her. Ja. Da müsstest du einmal Richtung Bauer Hans Wurst, würde ich sagen. Ja, da runter und dann... Äh, genau. Ja, ich finde den Weg schon. Oder du kotzt über Feld 84 drüben ab. Nein. Dann einmal... Ja, das wird ein etwas weiterer Weg. Mhm. Und... Na, da. Wenn dein Vorder schon den LS spielt, könntest du ihn ja mal als Gast hier mit in den Stream reinholen. Hä? Was? Wer? Hä? Ne, ich hab den Satz akustisch grad nicht verstanden. Äh, wenn dein Vorder schon den LS spielt, könntest du ihn ja auch mal in den Stream hier einladen. Unwahrscheinlich. Okay. Äh, ja wirklich sehr unwahrscheinlich, weil er mittlerweile Nachtdienst fährt. Okay, dann ist es von den Zeiten nicht... Und wer noch frei hat... Das passt dann überhaupt nicht, nein. Wer noch frei hat, will auch frei haben. Alles klar. Äh, ja. Äh, ja. Ja, weil wenn er... Der fängt meistens um, sagen wir mal, zwei an. Nachmittags um zwei und fährt dann bis abends, äh, ja... Zwischen elf und zwei ist dann meistens Feierabend. Uh. Ja, Tankstellen beliefern halt, ne? Mhm. Ist aber trotzdem schon ziemlich... Ja, gut. Aber dadurch hat er vormittags immer die Zeit, äh, sich um Sachen zu kümmern, ne? Wie zum Beispiel, äh, mein Bruder brauchte einen neuen Perso. Muss ich mal gucken, wie lange mein Perso noch gültig ist. Und hierらえaufen Körngris. SieОn, insex%. haveh, ja. roid. Aber das ist... 田 integrity. aber man merkt mal wieder eines mit dem ls die zeit vergeht doch wieder wie im fluge wir sind schon wieder wir sind jetzt knapp drei stunden wieder dabei alter falter und da hat sie immer noch kam jetzt fest ja jetzt hat sie dir noch ein reichen ich Oh, du bist ja noch ein ganzes Stück entfernt. Wollen wir dann unten auf Feld 4 auch noch wenden, schwarten und pressen? Je nachdem. Für den 1000er, ich weiß nicht, ob es die Zeit wert ist, weil wir müssten... Napo, diese Frage macht keinen Sinn. Ah, ja. Ah, guck mal. Jetzt hat er es richtig getrackt. Ach, das liegt aber auch nur an einer Sache. Ich glaube, bei 80% ist der Fortschritt gedeckelt für die Abgabe. Hm, das kann natürlich angehen. Dass der Rest dann nur noch an den anderen Aufträgen verteilt wird. Hm. 53% haben wir schon. Ja, das heißt ja noch mindestens einmal hoch vorne. Ah, ja. Ich sehe gerade, Feld 4 liegt auf einem Vorsprung. Was? Jetzt sind wir auf einem Berg. Okay, also wollen wir uns lieber lassen? Einfach nur mähen, dass da... Nee? Ja, mähen auf jeden Fall. Ja, das meine ich ja. Mähen, dass der Auftrag durch ist, dass du ihn abgeben kannst. Wie groß ist denn das Feld überhaupt? Halbes Hektar. Ah, ich habe mit K-Pop keine Probleme, Napo. Was kommt als nächstes? Volksmusik? Dicke tippen, dicke tippen, Kartoffeln, Salat. Wenn dich aber auch noch an Tau Unite damals erinnert. Ja. Ah, Nightwish. Es war klar, es war so klar. Danke. Just for Endo. Ich weiß nicht, ob der Song im Endeffekt noch auf der Blacklist ist, dass er quasi übersprungen wird. Jetzt kann ich nichts sagen. Babymetal. Oh. Oh. Das war's für heute. Ich weiß gar nicht, warum Mensen nicht abgespült werden soll. Ich glaube, wir müssen oben die Ballen noch wirklich pressen. Ich habe unten nur noch fünf Stück gekriegt. Okay. Das dürfte für den Auftrag leider nicht reichen. 97%. Nehmen wir halt die Ballen von hier oben. Dann bringe ich schon mal so weit das Gerät mit. Den Wender bringe ich mit und den Ballen sammeln. Das heißt, die Presse müssten wir noch nehmen und den Schwader. Ne, jetzt ist er fertig. Ja, aber wir brauchen die Ballen ja trotzdem. Ja, das stimmt ja. Und guck mal, wie ich hier fahre. Da kenne ich gerade nicht viel, aber... Ich mach gerade einen auf Spider-Man. Wenn wir die Sachen zurückbringen, hat das ja eh keinen großen Mehrwert. Nop, das überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, dass Mary Manson eine Anklage am Hals hat. Wenn ich ehrlich... Woher? Also... Ne? Habe ich nichts von mir mitbekommen? Ne, na gut. Mittlerweile... Die Zeitung lese ich überhaupt nicht mehr. Und... Nachrichten gucke ich eigentlich auch kaum noch. Weil... Eben als es nur die selbe Kacke kommt, dann... Ist das nicht aus... Aus Dingens hier... Phantom der Oper? Ja, das ist noch... Ah... Ja, so wie ich vorerst die Zorge fest gesehen habe, ist das nur eine... Andere Version. Ist Phantom der Oper schon vom Grund... Ja, ja. Ähm... Ich bin ehrlich, ich hab... Ich hab Phantom der Oper nie verfolgt. Ich wurde zwar schon mal gefragt, ob ich Bock hätte, ähm... Mit zu der Dingens zu gehen. Ähm... Mit dahin. Aber... Klingt wie Nightwish. Ist es auch. Na toll. Wattnecker. Äh... Lass mich vorbei. Eigentlich braucht man nur den Schwader und... Ähm... Naja, wir brauchen den Wendor. Wir sollen ja hier auch wieder... Heute draus machen. Achso. Den bringe ich aber eh schon mit zusammen mit dem Ballensammelwagen. Aber da wir... Dann... Dann hole ich die Presse. Ja. Gut, meinst du, dass es sich bei dem Kleinfeld nicht lohnt zu schwaden? Ähm... Macht eigentlich auch Sinn, dass wir eine... Die Presse werden muss halt trotzdem. Ja... Ähm... Wenn du nur die Presse holst und wir nicht schwaden, spornen wir uns eine Rückfahrt. Die auch nicht gerade wenig Zeit braucht. Ähm... Ja... Ähm... Das Feld hat einen halben Hektar. Ähm... Das ist bedeutend kleiner als das von gerade eben. Aber geschwadet werden muss. Und gepresst. Hm... Das ist halt das. Na gut. Also brauchen wir alles. Okay. Dann brauchen wir leider alles. Und wo bist du unterwegs? Ich bin gerade auf 144. Äh... Ne... 144. Äh... Nimmst du unten dann die Fähre? Ähm... Hä? Da unten gibt es auch keine Brücke. Oh, sie ausbohren. War klar Napro. Irgendwie habe ich damit schon gerechnet. Oh... Crazy Train. Ich finde die Stimme von... Oder die Lachen von Ozzy ja richtig geil. Ja... Schauen wir erst mal, wie das dann äh... äh... allgemein mit Konzerten äh... äh... das Jahr über aussieht. Äh... gut vor ungefähr zwei Jahren. Und vor anderthalb Jahren. Konten für... ein Comedy Duo gekauft. Auf den sitzen wir heute noch. Ach... Ah, ja. Was denn? Ja, sie hat Tickets für Ozzy Osbourne und Ontario Potter Orchester. Ja... ... Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn ich aber auffeiere, ist es ein Metal-Baby. Wie? Was? Baby-Metals sind nur noch zu zweit? Wieso das denn? Hat Yui keinen Bock mehr? Okay. Ja, gut. Äh, als sie selbst oder als wen? Äh, ich tippe mal, dass du die Sachen da oben liegen hast. Ja, die sind alle am Feld. Hm, okay. Ja, ich hätte sein können, dass sie auch als, äh, jemand anders dann ihre, äh, Solo... Ähm... Äh... Naja, jeder wird mal erwachsen, ne? Aber, äh, macht sie dann, äh, wieder... Äh... Macht Yui dann, äh, trotzdem, äh, dieselbe, äh, den selben Stil oder... Geht sie einen komplett anderen, äh, Weg? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay. Ja, wenn man, wenn man bedenkt, wie alt sie damals waren, als Baby-Metal gegründet wurde, wie alt waren die da? 14? 15? Irgendwas in dem Dreh, ne? 13? Warte mal, eine von den dreien war doch älter. Eine von denen war doch, glaub ich, 14. Zu dem Zeitpunkt, als sie gegründet worden sind. Ähm, na, nochmal... Zu war das? Ach so, alles klar. Aber waren sie jetzt japanisch, äh, chinesisch oder koreanisch? Ich, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber ich meine, äh, äh, Japaner waren, waren das, ne? Waren die drei? Ja, ich war mir da halt nicht mal so ganz sicher, deshalb, äh... Vor allem, wenn ich, äh, wenn ich, äh, richtig liege, sind die ja sogar gecastet worden. Also richtig extrem gecastet, durch ne, durch ne, äh, Fernsehserie, ne? Oder sind die, äh, äh, außerhalb in der Serie gecastet worden? Irgendwas war doch da. Mhm, also... Hm, so war das. Okay. Es ist bei der Affäre normal, dass die Fahrzeuge nicht drauf stehen und mitfahren. Ja. Da ist natürlich... Mist. Ah, okay. Ja, aber gut. Wie alt sind die drei jetzt? Die müssten jetzt auch schon, glaube, 22 sein? Irgendwas in dem Dreh? 21. Ja, guck mal. Die haben verdammt lange... machen die jetzt schon Musik. Und, äh... Das eine dann irgendwann sagt so, ja, ich möchte... mein Kram erst mal machen, ist ja dann nach einer Zeit, äh... Ich glaube, Moor ist 22 gewonnen. Ich habe irgendwas auf Facebook gelesen, was das angeht. Also, das ist halt, äh... vollends klar. Ist auch verständlich. Und wenn... Wenn... Wenn irgendjemand sagt, ich will erst mal das und das machen, um wieder zu meinen Wurzeln zu finden... Weil ihre Wurzeln liegen ja ganz klar, äh... in einer anderen Musikrichtung, seien wir mal ehrlich. Also, ich weiß, dass das Management da, äh... was gegen hatte. Das habe ich, äh... oder da, äh... bisschen Probleme macht. Das habe ich wohl mitbekommen. Aber, was genau für Probleme, kann ich nicht wirklich, ähm... mitbekommen. Man muss am Ende einfach mal sorgen, dem Management geht es am Ende auch nur um Image und Geld. Ja. Und wenn sie dann halt einen aus der Band verlieren, na, dann haben die halt irgendwo den Verlust. Aber ich muss echt sagen, ähm, die haben ja jetzt vor kurzem äh, noch ein Album rausgebracht, glaube ich. Ja. Und da war Jui meines Wissens ja schon nicht mehr dabei. Bin mir aber selber nicht ganz sicher. Seit 2019 schon, okay. äh, ich war der Meinung, äh, dass sie schon etwas, äh, äh, spät... erst, äh, Anfang, ähm, 2020 gegangen ist. Meine ich, irgendwann gelesen zu haben. Aber okay. Ähm... Und ich glaube, die haben im Herbst, also kurz, kurz bevor meine Mutter verstorben ist, äh, haben sie, glaube ich, äh, noch ein Album rausgebracht. Bin mir aber selber... selber... War sie nicht sowieso eine, die an Corona erkrankt war? Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Aber, äh... Ja, klar war das alles noch vor Corona in dem Fall. Aber, ähm... Ne, was man halt, äh... Ich meine, irgendwas mal gelesen zu haben. Ich meine, irgendwas mal gelesen zu haben. Oder, äh, wenn... Wenn, dann bin ich ja mal ein Hariger-Zauberer. Hä? Wieso das? Weil bei mir gerade, äh, Your Wizard, Harry. Läuft. Ach so. I'm what? Aber ich frage mich gerade, was wäre mein Patronus? Ich glaube, mein Patronus wäre ein Faultier oder so. Ja, aber... Na, ich glaube, da wird nichts mehr großartig kommen. Ah, ja. Hat Alan Rickman eigentlich nochmal in anderen Serien mitgespielt? Oder in anderen Serien oder Filmen? Die, äh, hier bekannt sind? Das ist ein Sheriff von Nottingham. Okay. Der hat Hans Gruber gespielt? Echt? Ich habe den gar nicht erkannt. Den erkennt man doch gar nicht. Da war doch aus Stirb langsam eins, ne? Ach, komm. Ja, komm. Okay. Auf der Brücke gibt es einen Unfall. Äh, da muss ich mal kurz reingucken. Wieso? Hä? Was denn? Ja, wieso da gesperrt ist, wieso der Unfall ist, bin ich doch wohl noch drüber. So. Beim Unfall mit einem Gefahrgut-Ecke weg die Flüssigkeit auf die Brücke. Die richtigen Reparaturarbeiten dauern bis 7.35 Uhr. So. Tja. Jetzt cheetelt er. Ich stelle aber mal die Zeit hoch. Naja, der hätte das Name nicht genannt werden dürfen. Deine Mutter? Ah. Bis 7.28 Uhr. Sonst. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, das Lied hat was. Ja, das Lied hat was. Das Lied hat was. Na ja, und jeder fragt sich was Hermine in ihrer Freizeit macht. Abseits von Wikipedia Seiten auswendig lernen. Oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Nein, 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 das will ich mir nicht vorstellen. Aber Alan Rickman hat einen verdammt guten Snape gespielt, seien wir mal ehrlich. Also ich glaube, niemand hätte es so gut hingekriegt wie er. Er hat ja auch sehr viel Freiheiten bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen hatte. Sagen wir es mal so, viele haben die Bücher auch nicht mal gelesen. Er war ja, glaube ich, der Einzige, der, glaube ich, Buch 1 und 2 und 3 gelesen hat. Deshalb konnte er sie auch so gut in die Rolle einfinden. Nicht ganz. Also ich weiß, dass Rickman ja eigentlich, dass er eigentlich auch in Fantastische Tierwesen damals mitspielen sollte. Als Snape, als junger Snape. Aber das wurde ja dann nichts. Wieso bringst du nur den Schworder zurück? Den brauchen wir doch nicht mehr. Wir müssen doch noch einmal wenden. Oder ist schon gewendet? Hä? Wieso gewendet? Wir müssen wenden, damit aus dem Gras Schnitt heu wird. Äh... Das ist kein Wickelauftrag für die Ballen. Das ist ein normaler Auftrag wie der letzte. Ach so. Ja. Ja, dann hüpfe ich da noch mal rüber. Baba, baba. Ich sag's mal so, ne? Äh... Guter Freund, sag ich jetzt mal. Vom Tobi und mir. Nennt sich auf Twitch der Dobby. Ich denk mal, mehr muss man dazu nicht sagen, oder? So, an welcher Ecke hast du angefangen? Oh Gott. Äh, da hinten, genau. Ja. Ich werde ihm eine Socke schenken. Oh Gott, wie bist du hier denn gefahren? Ja. Ja, das liegt teilweise so knapp am Rand, dass ich das eine da gerade nicht wenden konnte. Äh... Fünf Nächte in den Händen des Kerkermeisters. Hä? Mmh-hmmm. Ja, ja, ja. Hahaha, Apot 근um. Tobi, ha! Napo, äh, kein, äh, das ist keine Order von uns, das ist, äh, Order von seiner Freundin. A little bit of light, a little bit of gold, Under pressure you start to fall, like a diamond from gold. Also man hat da keine Socke verdient. Wenn du hier einmal rum bist, kannst du gleich wieder anfangen und da vorne wollte ich gerade sagen. Ja, habe ich schon gesehen, keine Sorge. Wobei ich an den Ecken vielleicht noch ein bisschen weh. Ja, das ist egal. Nee, egal ist 88. Das haben wir für den Trecker bezahlt. Äh, was? Guck mal, ich krieg da kein Heul raus. Moment mal. Das ist einfach nur breit. Nee, das wird kein Heul. Warte mal, ich habe da eine Vermutung, weil der Auftrag zu Ende ist, können wir hier nichts mehr machen. Ja. Ja, zwar blöd und unsinnig, aber hä? Hä? Na, der Auftrag ist doch schon abgeschlossen. Zumindest laut dem Missionsboot. Äh, was vorstellen? Okay. Äh, nicht wirklich. Na, das bringt immer noch nichts. Okay. Hm. Warte mal, lass mir mal kurz was gucken. Äh, ich vermute mal, wie gesagt, dass der Auftrag schon abgeschlossen ist, ist das Problem. Weil dadurch verliert er den Trigger, dass hier noch das Gras verarbeitet werden kann. Hm. Ja, dann. Na, ich sag mal so, wir können ja innerhalb der Spielstandsdatei die Kontostände anpassen und das, was wir hier reinkriegen würden. Ja, das sollte nicht das Problem darstellen. Sagen wir 10.200, die haben wir die Blitzer gehabt. Das war halt auf dem Huhn auch genau erfunden. Gut, dann bringen die Dingens weg und dann... Äh, Aufträge einfach abgeben? Ja. Okay. Abschließen und abschließen. Ja, abbrechen. 10.200 müssen wir uns gut schreiben. Ähm, ich seh da grad noch was, komm mal mit. Hm. 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 Ich sehe Geld. Ja, dafür brauchen wir aber später eine Ballengabel. Und einen Frontlader. Ja. Müssen wir uns merken, dass hier 5 Ball stehen. Ja. Wollen wir schon mal gucken, was für den nächsten Auftrag wir machen können? Zumindest... Ja. Können wir machen. Ähm, Ernteauftrag würde ich sagen. Aber nix mit Kartoffeln oder Zuckerrüben. Die bringt gut Geld. Die bringt gut Geld. Äh, fällt. Fällt 129. Seh ich gerade, der bringt gut Geld. Guck gerade, wo das Feld ist. Die 129. Ähm. Ja, das größte Feld. Und da sie sagt, dass das richtig, richtig viel Asche bringt. Nein. Nein. Feld 38 bringt 19.000. Feld 38. Ähm. Im Norden. Ungefähr die Mitte. Das ist auf jeden Fall machbar. Ja. Der wäre machbar. Gleich annehmen. Können wir machen. Dann einfach mit Geräten. Dass wir die wenigstens schon mal hoch bringen. Ach, das ist ja eh unser. Den können wir hier... Ja, ist die Frau, den ich doch noch überhaupt mal brauchen. Mit der Leistung. 105 PS. Okay, warte mal. Wo muss man jetzt... Da lang... bei mir dauert es ein bisschen ist vielleicht besser du fährst vor ja ich kriege ja mit 42 lang du kannst auf 80 hochgehen aber ich würde sagen hier machen wir es dann so den auftrag beenden aber danach gehen wir den noch nicht ab sowieso die was ja gerade gemacht haben damit von unserer stroh ein kassieren das kannst du dich ein kassieren es gibt aber ein mod der das ermöglicht du weißt dass wir den das stroh vorher noch abgebracht haben dann leiden wir uns die geräte und dann das stroh das konnten wir doch nie einsammeln bei den aufträgen doch ich dachte es gäbe mod der das aktiviert hat das ist vorher nicht möglich war okay da muss das uns aber und ballen sammeln worgen ausleihen in den ballen in allgemeinen die geräte hoch ist ja nicht so weit und bei gelegenheit gucke ich gleich mal auf gerade strecke was ein ladewagen denn kosten würde noch kleinsten ausführungen war man vor ich gucke mal eben ja ich bin schon drin 46.000 der kleinste ok ja ist doch gut ist doch gut was auch kein heißhunger gehabt ja passt doch so wie fahren wir jetzt verdachten 30 gleich rechts von uns wir fangen gleich rechts das ist ja keine ahnung wer lässt den hitler daraus secret hitler also ich nehme den feldweg hier ja ich dachte hinten geht ein feldweg lang also ich nehme den feldweg hier ja ich dachte hinten geht ein feldweg lang bin ja schon unterwegs ich bin ja schon unterwegs ich bin ja schon unterwegs ich bin ja schon unterwegs ey baumöl da müssen wir beim abernten und ab vorne bisschen was beachten bzw. einen wert und das wäre wir können dem bauer ein viertel seines eigentlichen ertrags abzwacken ja ja was ich schon mal sagte diese diesen bonus den wir uns eigentlich ja das heißt wir müssen den auftrag zu 75 prozent abliefern was das korn angeht alles andere ist unser was gibt den dinkel aktuell dass ich mal eben gut muss aber auch bedenken wie hoch ist der ertrag hast du ertrags wie beim raps oder wie beim weizen das ist jetzt die große frage das war dinkel ne 469 751 bei der mühle ich würde zumindest testweise mal gucken ob wir bei dinkel überhaupt eine strohablage kriegen die sollte eingeschaltet sein strohablage ja geht gut und das stück brachte jetzt um die 360 liter also haben wir ungefähr ja raps na bloß mit ein bisschen strohausbeute und ich habe was für hat vergessen was einzuschalten ich habe es gerade gesehen automatische motorstatt warte mal ich gucke kurz nach diesem ein mod ich dachte doch da gab es einen mutz das darf das auch nicht unbedingt sein das darf das auch nicht unbedingt sein das darf ja nicht mehr und das darf ja nicht mehr stürmen nie da sie auch nicht mehr und das darf ja noch nicht mehr der nächste seite äh nicht äh die die nicht nein ja wir den mod welcher mod Stroh sammeln werden den Missionen. Offizieller Mod-Hub-Mod Erlaubt das Einsammeln von Stroh für laufende Missionen per Ballenpresse und Ladewagen. Also ist es standardmäßig wohl nicht möglich Sonst gäbe es den Mod nicht Den schicke ich dir nach dem Stream, wenn wir ja fertig sind Ja Dass wir den gleich draufziehen. Okay Gut Wir dürfen auch nicht vergessen den Kontostand anzupassen 10.200 Keine Sorge, kriege ich schon hin Okay So 4 Stunden Dann würde ich sagen Spiel speichern Und zack Da war ich plötzlich weg Ich wollte gerade auf verlassen klicken Nee, war ich schneller So Ich komme mich dann gleich noch um Eins der beiden Games, die ja Ab nächster Woche bei mir starten Und Ja Das war es dann auch für heute würde ich sagen Ja 4 Stunden sind aber auch Mehr als genug Ja Ich weiß nicht, wie lange wir den nächsten Auftrag brauchen Nee, 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 nee Doch, 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 doch Wie denn, du? Ja, Napo Jetzt ist Schluss, weil sonst Wir müssen morgen wieder recht früh raus Zumindest du Ich kann eigentlich bis mittags durchschlafen Was ich aber nicht mache Weil ich habe noch Donnerbissen was zu tun Und Lady Gagas Hunde wurden entführt Das finde ich dezent witzig Wurden sie entführt oder sind sie geflohen? Das Erfahnte bei der nächsten Folge Find ich's Faktor Oh nee Ich dachte jetzt war ein Prominent Solche Formate aber auch Das war's mit dem ersten Stream Ja Wir hoffen es hat euch gefallen Nächstes Mal einschalten Nicht vergessen Das ist richtig Geplant ist immer donnerstags Momentan ab 19 Uhr Ja Und dann sagen wir mal Noch eine schöne Restwoche Schönes Wochenende Und bis nächstes Mal Ciao Tschüss